Allgode wie, Leute? Zettikast, seit langem mal wieder, quasi mit einem Thema, indirekt, jetzt wird aber wahrscheinlich abgeschwiffen. Heute, das erste Mal mit Gast seit langem, ich glaube seit Genso. Genso ist der One-Piece-Mann, oder? Genso ist der, den du gewogen bleibst. Okay. Er hat, ähnlich wie Herr Newstime, hat er eine, so eine, wie nennt man das, so eine klassische Verabschiedung, die er einfach immer wieder benutzt. Und das ist das, bleibt mir gewogen, bleibt One-Piece gewogen. Und seitdem wird hier alles gewogen. Bist du auch gewogen? In der Tat, in der Tat. Aber ich versuche das zu vermeiden, weil ich davon ausgehe, dass mich Wiegen demotiviert. Wieso? Ändert sich das hier nicht? Ja, das ist, also ich denke mir immer, Wiegen ist unnötig, solange man Motivation hat, weil man eigentlich nichts gewinnen kann. Du weißt ja auch gar nicht, was jetzt das Gewicht verursacht. Vielleicht bist du ja einfach nur sehr muskulös. Klar, klar. Diese Reden gegen den BMI mit meinem unnormal großen Rücken, die halte ich ja regelmäßig. Ich habe das auch gehört von so Leuten wie Hängermey und, wie heißt die, Magda Albrecht und so. BMI ist so ungenau, weil so ein Sportler, der wiegt ja auch ein bisschen mehr, ne? Ja, also ich habe letztens, ich habe im Fitnessstudio gibt es eine Waage, mit der du halt so genauere Details kriegst, ne? Dieses intravuskulöse Fett oder wie das heißt. Also es gibt ja ungefährliches Fett und quasi gefährlicheres, ne? Das auf den Organ ist ja eher nicht so toll. Das jetzt auf den Hüften ist so nicht so schlimm, sag ich, ne? Das ist doch hier kein Organ. So, und da kannst du auch die Muskelmasse sehen, wie viel Knochen, wie viel Wasser und sowas, ne? Und auch mit nur Muskeln wäre ich momentan gerade so im Normalbereich, denke ich, ob das so Sinn ergibt. Aber am Ende, ja. Es ist halt auch nur eine Zahl und ich glaube, ich glaube, es gab noch nie... Das ist ein Fakt, würde ich mal behaupten, so egal. Ich glaube, es gab noch nie einen Menschen im Leben, der sich auf die Waage gestellt hat, gesehen, ich habe 5 Kilo abgenommen, jetzt bin ich super motiviert. Meistens ist es eher so, du bist motiviert, gehst auf die Waage und dann ist es weniger Motivation. Deswegen denke ich mir so, warum soll ich es überhaupt riskieren? Solange ich motiviert bin, ist doch alles Gucci. Vielleicht machst du so, weiß nicht, alle zwei Tage oder jeden Tag oder so und dann siehst du, machst du so eine Kurve und dann kannst du gucken und sagen, yep, das Training und der Salat lohnen sich. Junge, Salat, wo soll der denn jetzt herkommen? Wo kommt der denn? Auf den Normal. Ah, ja. Du kannst ja richtig fett Mirakel-Wip drauf machen, wie alle fahren. Ja, oder Island-Dressing oder auch immer. Ich habe einen Salat gegessen mit Schinken und Mayonnaise. War ein Krabbensalat, egal. Bist du ein Freund von Obst im Salat? Nee. So was, bei Krabbensalat und so machen die das ja super, gut, der ist ja eh nichts für dich, aber egal, dieses Orange ein bisschen rein, so dieses, oh, wir machen hier eine orientalische Note rein. Junge, da kriege ich jetzt immer ein Arschloch jedes Mal. Ich habe noch nie ein Gericht gehabt, wo ich mir dachte, jetzt ist eine Orange da drin. Außer ein Orangensaft. Ja, aber das ist ja kein Salat. Das ist allgemein kein Essen. Das ist ein flüssiger Salat. Das wollte ich nur mal loswerden, das lag mir schon lange auf der Zunge. Machen wir deine Sendung jetzt kaputt, dass wir ankündigen, dass du über ein ernstes Thema redest und dann reden wir über Dicksein und Salatessen und sowas? Nee, nee. Also eigentlich ist mein Konzept, dass ich so tue, als gäbe es eine Begründung, etwas abzuhalten und am Ende mache ich Elschrufe. Von dir aus, das ist ja deine Sendung, ne? Eben, eben, eben. Dir fällt das ja auch nicht ganz so einfach, beim Thema zu bleiben. Aber ein klassischer Imp sieht ungefähr so aus. Ja, Leute, heute reden wir über das dritte Wirtschaftsquartal von Nestle und darüber, was Philosophie, nee, Sternstudie der Philosophie dazu gesagt hat. Ihr trinkt gerne Wasser, ich gucke Ihnen derzeit lieber Philosophie. Das kommt schon häufig vor, das scheint eine echt gute Sendung zu sein. Habe ich dir mal erzählt, dass ich mir eine Folge angeguckt habe? Mit wem? Digga, was weiß ich, wie die Gäste heißen. Ja, manche Gäste sind richtig spannend, aber manchmal sind auch so MyLab und so da. Ich warte noch drauf, dass irgendwann eines Tages El Hotzo da vorbeikommt, dann ist es richtig vorbei, aber... Also ich muss sagen, selbst wenn ich einen der Gäste als spannend empfunden hätte, würde ich mir den Namen nicht merken können. Ich bin super schlecht, was Namen angeht, ne? Also am Ende hätte ich dann gesagt, dieser eine Typ, der so nice Sachen gesagt hat... Dieser alte Mann, der da so Fremdwörter sagt. Ja, es ging um Bedürfnisse der Arbeiterklasse oder sowas. Richard David Precht, den kennst du? Ja, den kenne ich, weil den der Schachgroßmeister Jan Gustafsson regelmäßig nachahmt, wenn er mit Etienne Gardet spielt. Da machen die sich immer über Precht und Lanz Podcast lustig. Ja, das ist auch ein großartiger Podcast, woher reicht dich, Richard? Oh ja, ich bin eine Kemenate. Genau so macht das Etienne auch immer nach. Und ja, ich war letztens im Himalaya und dort habe ich einen Mönch getroffen. Und weißt du, was dieser Mönch gesagt hat? Nein, nein, Markus, erzähl es mir. Er sagte, man hat gleichzeitig alles und nichts. Es kommt auf die Perspektive an. Ah, das ist... Ja, Markus, Markus, ich habe neulich einen Gorilla mal beobachtet. Das sind ja beeindruckende Tiere, Markus. Oh, Richard, oh ja, spannend, Richard. Erzähl mir mehr, Richard. Ich habe neulich nach der Show noch ein bisschen mit Anton Hofreiter geredet. Ja. Ja, der Hof... Nee, komm, über Hofreiter will ich. Tun wir so, als wäre das ein Übergang zur innerlinker Kritik, weil wir sehen uns ja wohl beide auch als links. Ist es auch ein Hofreiter links? Weiß ich nicht, oder? Kommt drauf an. Ich glaube, das weiß keiner so richtig. Also kommt immer... Also ich glaube, allgemein sollte man rechts-linksragen theoretisch nach... nach... Themen auswählen. Ich glaube, du kannst gar nicht komplett links sein. Und wenn, ist es ein Zufall. Also weil, es gibt einfach sehr viele Themen und wenn wir bei jeder... Wenn du bei jeder links bist, bist du ziemlich einfach nur ein Mitläufer, glaube ich. Gibt es so die... Ja, vielleicht auch irgendwie gar nicht so die beste Idee, irgendwelche Themen direkt in links und rechts zu verteilen, weil dann Leute ja nicht neigen, dass sie denken, ich muss jetzt da zustimmen. Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Aber insgesamt, also es ist ja realistischer, sich themenbezogen als links oder rechts zu bezeichnen als menschlich gesehen, weil das ja dann so eine absolute ist und ich quasi dazu zwingt, bei gewissen Themen links zu sein. Wie würdest du denn rechts und links definieren? Boah, die Kerle. Du willst mich aber auch gecancelt sehen. Ich weiß nicht, insgesamt würde ich sagen, so links ist mehr so die Gesellschaft, rechts ist die einzelne Person gesehen. So dieses, auf sich selber. Das ist ja eher kollektivistisch-individualistisch, ne, die Unterscheidung. Ja, weil meine Zuschauer haben so wie ich Hauptschule. Okay. Ich will dir nicht schämen, wenn ich mal wieder Wörter benutze, die ich natürlich kenne, aber die nicht. Das wäre einfach so nicht eingefallen. Weißt du, wo die Berichte herkommen? Was? Weißt du, wo die Berichte herkommen? Was? Aus dem Lateinischen wie alle? Ne, ne, französische Revolution. Die einen haben gesagt, wir wollen weiter einen Kaiser haben und die anderen haben gesagt, nee, wir lassen die Bürger das entscheiden. Und die Rechten haben gesagt, nee, Kaiser-Hierarchie, der steht einfach oben, der sagt, was zu machen ist, jeder kriegt seine Rolle und der bleibt dann da auch. Und du kannst dir irgendwie dich beim Kaiser bedanken, wenn du irgendwelche Rechte hast und wenn nicht, dann hast du ja Pech gehabt. Und wir Linken haben halt gesagt, nee, nee, wir machen hier Demokratie und wir wählen und da sitzen ganz viele Leute, nicht nur ein Kaiser oder eine Familie. Und wenn du das jetzt irgendwie aktuell überträgst auf, weiß nicht, Umweltpolitik oder so, das ist eigentlich per se nicht unbedingt links oder rechts, das hat ja damit gar nicht mehr so viel zu tun, das hat sich halt irgendwie so ein bisschen verteilt. Aber eigentlich ist ja in der Regel eher so, dass Rechtsrechte wollen halt viel so Hierarchie haben und Linke eigentlich traditionell eher, ne, der normale Bürger, das Volk und die bestimmen alles Mögliche und nicht halt irgendwie so... Also demokratische Betriebe? Zum Beispiel ist auch eigentlich eine linke Idee, ja. Ich bin mir bei demokratischen Betrieben noch nicht ganz so sicher, ob ich das fühle. Also ich selber, ich habe auch jetzt einen Job, in dem ich etwas mehr Verantwortung habe, in der Theorie. Das Ding ist halt, wenn ich, es fällt nicht unbedingt auf, wenn ich was übersehe, aber, nee, es kann sehr auffallen, wenn ich was übersehe und ein Zug entgleist. Es kann aber auch nichts passieren, quasi, ne, aber dieses ständige, das stresst mich schon ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, quasi immer wieder drüber nachzudenken, ich habe ja hier Verantwortung, ne. Da manchmal vermisse ich es einfach, an einem Band zu stehen und Schrauben reinzudrehen. Es gibt ja auch einen Unterschied, ob du eine Kompetenzhierarchie hast oder so eine gottgegebene Hierarchie, ob du einfach, ob du der Kaiser bist, weil du halt der Sohn vom Kaiser vorher bist oder ob du der Chef bist, weil du halt am meisten Plan von allem hast. Das ist ja ein wichtiger Unterschied. Und Kompetenzhierarchien sind ja vollkommen in Ordnung. Ja, okay, dann sind wir da uns wohl einig. Also das sehe ich zum Beispiel auch. Ich glaube halt in der, das ist auch noch ein Punkt, den habe ich aufgeschrieben, über Utopien zu reden, weil es ist ja momentan in, sag ich mal, linken Streamer-Kreisen vor allem, höre ich das oft, dieses, wir reden überhaupt nicht darüber, was wir vorhaben, was irgendwie Sinn ergibt oder sonst was, sondern ich erzähle dir meine Utopie und du erzählst mir dann deine Utopie, ja? Die Gründe gehen beide in Therapie. Und je nach, das Ding ist, in der Utopie kann ich mir beides vorstellen. Ein Betrieb, der vom Volk geleitet wird und alle treffen natürlich super tolle, kluge Entscheidungen, ne? Aber ich denke, realistischer ist es dann, einen zu haben, der sagt, wo es lang geht. Es ist halt unterschiedlich. Manche Leute wollen so, manche so. Wenn du Leute fragst, was sie bei ihrem Job oder in der Politik wollen, da gibt es halt einige, die sagen, nee, ich will hier mitbestimmen und ich will aussuchen dürfen. Und manche sagen, ja, ist mir scheißegal, mach einfach irgendwie, ne? Und wahrscheinlich gibt es auch Leute, die sagen, mal so, mal so. Aber du gehst von unterschiedlichen Menschen aus, ne? Also du kannst, wenn du sagst, wir machen jetzt Volksentscheid und jeder Trottel darf irgendwie über wichtige Entscheidungen mitentscheiden, guck mal, was für Trottel da draußen rumlaufen. Kannst du halt nicht mit jedem machen, ne? Ja, gut, also vor allem, ich will jetzt nicht diesen NPC-Talk talken, ja, aber am Ende kommt es ja auch dann darauf hinaus, wer hat mehr Leute manipuliert. Das auch, ja. Weil, du kannst den ja, also, du musst ja auch gar nicht mehr einhalten, was du versprichst, ne? Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, dass du, man kann nicht mehr, musst du das mal? Ich hatte das Gefühl, früher war es ein bisschen mehr so, dass man es vor den Leuten zu verantworten hatte. Also gesetzlich war es ja eh nicht so, also wäre auch ein komisches Gesetz zu sagen, ey, ihr müsst mindestens mal irgendwie 60% eurer Punkte durch, sonst Guillotine oder so, was weiß ich. Das ist natürlich nicht umsetzbar, aber ich finde irgendwie, es sollten Politiker auch schon so ein bisschen an ihrem Parteiprogramm gemessen werden. Ich würde auch mal eine Talkshow gerne sehen, wo die Leute diskutieren, aber nur aufgrund ihres Parteiprogramms und sonst gibt es gelbe Karte, sonst kommt ein bisschen von hinten rausgefiffen, äh, äh, äh. In eurem Parteiprogramm steht das aber nicht so. Aber die Leute, die da sitzen, die einzelnen Politiker, die sind ja auch nicht alle genau gleich. Also wenn du da jetzt einen Typen von der, weiß nicht, von Grünen hinsetzt oder von Linken oder so, der ist ja nicht genauso wie alle anderen Grünen oder Linken. Ja, aber das Parteiprogramm sollte doch schon alle Grün einen. Ja, da gibt es dann so ein paar Grundpfeiler, wo du sagst, äh, als Grüner bist du zum Beispiel, äh, pro Umweltschutz oder so, weil das ist irgendwie der Grund, warum es die gibt. Oder als Linker bist du irgendwie dafür, armen Leuten zu helfen. Oder wenn du FDP bist, dann willst du irgendwie die Freiheit oder sowas. So haben wir ungefähr genauso, haben wir es meine Mutter früher auch erklärt. Sorry, meine Mutter, meine Mutter war immer so, wenn du, wenn du arbeiten gehst, wärst du SPD, wenn du Chef bist, CDU und wenn ein größerer Chef bist, FDP. Ja, aber was machst du denn, wenn du irgendwie, äh, sagst, ich bin hier ein Umweltpolitiker oder sowas und ich bin bei den Grünen eingetreten, weil ich möchte irgendwie erneuerbare Energien bauen und dann passiert so ein Krieg und man sagt, was hältst du denn von der Ukraine oder so, dass, dass die da jetzt nicht alle die gleiche Position haben. Wir haben ja vielleicht vorher gar nicht darüber geredet, wie sie da zu stehen, wenn das passieren würde, ne? Wobei war es da nicht so, dass es vorher viel niemals Waffenlieferungen, aber dann ging es ja meistens um Afghanistan oder andere Kriege oder was weiß ich. Die haben gesagt, nicht in Kriegsgebiete und jetzt sagen sie ja, das ist ja jetzt eine Ausnahme, weil die werden ja angegriffen und vorher dachten wir, wo beide schuld sind, da nicht hin liefern und jetzt ist ja der eine nicht schuld und dem liefern war dann schon, aber das ist natürlich, keine Ahnung, das ist Schuldfrage und so. Natürlich wirkt es albern, ich fand es auch bescheuert. Ja, also es wirkt wie eine sogenannte Doppelmoral. Oder ist es Cherrypicking? Gibt es einen Unterschied zwischen Cherrypicking und Doppelmoral? Schon, oder? Ich habe da letztens auf Abend eine Diskussion gehabt und dann hat ja jemand gemeint, es wäre Doppelmoral, aber eigentlich war es, wenn man sich was aussucht, einfach mal theoretisch sagt, wir tun mal so, als wäre es um Religion gegangen. Wenn du dir aussuchst, was du befolgst in dieser, sagen wir mal, du isst kein Schweinefleisch, dafür rauchst du aber, ne? Ist das Cherrypicking oder würdest du das als Doppelmoral bezeichnen? Weil ich habe da meiner Meinung nach keine Doppelmoral gesehen. Ja, es ist eher so, vielleicht, vielleicht nicht ganz konsequent oder so, aber wer ist das schon, ne? Also bei so Religionen nennt man es ja orthodox dann meistens, wenn du sagst, ich lebe exakt genauso, wie das Buch das sagt. Aber die Bücher sind alle halt uralt. Ja, ja, das ist auch so eine Sache. Aber bei Doppelmoral habe ich das Gefühl, du musst es wem vorwerfen. Also du kannst nicht leben wie zur Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, das geht gar nicht mehr, die Welt ist ja komplett anders. Ja gut, der Koran ist ja 600 Jahre jünger, vielleicht geht es ja bei dem. Ich habe auch ganz schön lange her. Naja. Also die Utopie, wie wäre deine Utopie? Was? Wie wäre deine Utopie? Boah, ich weiß gar nicht, ob ich direkt eine Utopie habe. Ich glaube, da bin ich ein bisschen zu, ein bisschen zu... Was für die Staatsform? Boah, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es die schon gibt. Was? Du willst einfach auf kurz eine neue sogar noch einführen? Ich weiß nicht, wäre es nicht mal Zeit, dass vielleicht eine neue mal kommt? Klar, so mal wieder so ein paar Patchnotes für die Politik, ne? Aber woraus würden die bestehen? Wird gewählt? Ja, also... Ich dachte manchmal, es wäre klug, wenn du quasi Ministerien wählen kannst, ohne dass komplett eine Partei alles abdecken muss. Also jetzt haben wir ja auch Ampel mit drei Parteien immerhin. Aber du meinst aber, dass wir einen Gesundheitsminister wählen und dann... Ja, als damals beispielsweise die Piratenpartei kam, da kamen die halt ran und meinten, wir machen hier dieses ganze Internet und Internetzeugs und so... Ja, diese ganzen neuen Medien und Digitalisierung und sowas. Aber wenn die dann zu anderen Themen gefragt haben, hatten die teilweise gar keine Ahnung davon. Und dass die dann sagen könnten, wir bewerben uns nur auf digitale Infrastrukturministerium und die anderen Sachen lassen wir die anderen machen oder sowas. oder dass irgendwie Grüne kommen und sagen, wir machen hier, weiß ich nicht, nur Landwirtschaft und Ernährung und erneuerbare Energie und wenn es dann um Wirtschaft geht, dann macht das wer anders oder wenn es um solche Sachen geht. Ob man das vielleicht irgendwie umbauen kann. Gibt es dann auch einen Gesamtsieger, der so quasi so ein bisschen so den Kanzler... Dass man nachher so sagt, bei den Grammys oder so gibt es auch mal den Abendgewinner, der so sechs Grammys hat, die anderen haben nur fünf. Und quasi die Partei, die die meisten Ministerien im Gesamtsieg hat, kriegt dann den Kanzler. Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß gar nicht, ein Kanzler ist ja auch oft so eine Symbolfigur. Das ist ja auch seltsam. Also eigentlich 100 Prozent in Deutschland. Der ist ja quasi so der Boss von allem, aber Scholz kann ja jetzt auch nicht einfach irgendwelche Gesetze entlassen. Das war ja damals auch immer, dass man gesagt hat, Merkel muss jetzt irgendwie weg oder so. Das ist super asozial. Ich hasse das allgemein, wenn Leute sagen, danke Merkel oder so. Die ist für die Königin gewesen, die kann ja auch nicht alles alleine machen. Ja eben, und jetzt tun wir einfach mal so, als hätte... Wir tun einfach mal so, als wäre alles schiefgelaufen in der Merkel-Zeit. Ist einfach alles schiefgelaufen, jetzt ist sie weg und jetzt sagen wir einfach, ja danke Merkel, jetzt ist die CDU wieder wählbar oder was. Also es ist ja dann so, du lädst die Schuld auf eine Person, dann kannst du die absägen und deine Partei wieder rehabilitieren. Aber dazu neigen ja Leute eh so ein bisschen, oder? Dass die so einen Schuldigen suchen und sagen, das war eigentlich der eine was. Ja, du brauchst halt ein Gesicht dazu irgendwie so, auf dem du rumhacken kannst. Du willst nicht immer nur an so ein CDU-Logo oder so denken. Ja, du willst irgendwie so eine Symbolfigur. Man sagt dann, warum läuft denn hier alles nicht? Und dann sagst du hier, dieser eine Mensch ist daran schuld. Aber das spielt halt theoretisch den Leuten in die Karten, die halt mit verbockt haben. Weil auch wenn Merkel nachher vorne steht und die Rede schwingt, die wird ja nicht in der Kammer gesessen haben und gesagt haben, Leute, hier ist der Spielplan, so wird's gemacht. Ja, nee, so geht's ja generell nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich mich mit so Staatsformen und so perfekt auskenne. Musst du nicht, musst du nicht. Als Utopie für uns fände ich es halt am coolsten, wenn so ein normaler Bürger relativ viel Freiheiten hätte und sich frei ausleben kann und sich um manche Sachen nicht so viel Sorgen machen müsste, wie dass du irgendwie eine Wohnung hast und dass du Krankenversorgung hast und dass kein Gift im Essen ist und sowas. Wo kommt das Gift jetzt her? Naja, also, du kannst ja... Reden wir von realem Gift oder reden wir von schlechter Ernährung? Ja, eher schlechte Ernährung, aber du kannst... Du kannst ja Freiheit so ein bisschen so definieren, dass du sagst, ein Bürger hat Freiheiten oder eine Firma. Und wenn eine Firma Freiheiten hat, dann kann das halt sein, dass die Sachen machen, die den Leuten sonst schaden, dass irgendwie Neste das Wasser wegpumpt oder dass irgendwelche Leute, die Essen herstellen, irgendein Ackergift benutzen oder so ein Scheißdreck oder dass die irgendwie Müll ins Meer werfen oder so. Das kann ja, wenn du einfach sagst, Freiheit für alle, jeder darf ja alles machen, dann kann halt auch der Publikbesitzer sagen, sagen, ich leite jetzt hier das Abwasser in irgendeinen Fluss ab und dann läuft da irgendeine Scheiße rein oder sowas und er sagt, ich habe die Freiheit, das zu machen. Haben die anderen auch die Freiheit, ihn zu lynchen dafür? Das ist ja nicht, ne? Ja gut, aber ich meine, du kannst ja nie Freiheit für alle. Aber es ist ja allgemein... Also Freiheit für alle ist vollkommen. Harmonie kannst du nicht machen, aber... Ne, das wäre halt cool, wenn du... Wenn die Leute Freiheit so im Rahmen hätten, dass du musst halt eh immer abwiegen, dass du sagst, du machst so viel Freiheit, dass es anderen nicht schadet. Weil wenn jeder Mensch unendlich viel Freiheit hätte, dann gäbe es wahrscheinlich die ganze Zeit Krieg, ne? Weil acht Milliarden Leute alle irgendwie... Mehrere Leute haben verschiedene Interessen und dann sagen die, aber ich habe doch die Freiheit, das zu machen. Dann clashen die aneinander und dann killen die sich am Ende vielleicht. Am Ende werden sich ja die Leute eh wieder in ihren Peergroups zusammentun. Entweder suchen sie sich dann die Gruppe Nationalität oder Religion aus und eins von beiden, für das wird es schon eingesetzt, ne? Also so Anaschid zum Beispiel kann es ja auch nicht geben. Vor allem nicht in der heutigen Welt, wenn du jetzt einfach heute einfach beschließt, Deutschland lebt anarchistisch, hast du in zwei Wochen halt einfach ein bisschen größeres Frankreich, ein bisschen mehr Holland und so, ne? Das ist für der... Wie sollte sich in der heutigen Welt eine anarchistische Sache durchsetzen gegen von außen? Was du meinst, ist Anomie, glaube ich eher. Was ist das? Das ist halt, dass wirklich gar nichts mehr da ist, dass einfach jeder alles machen kann. Und Anarchie ist ja nur keine Herrschaft. Also da kann... Das ist ja so eine Traumvorstellung, dass man eines Tages irgendwann früher mal, dass alle... Irgendwann später mal, dass alle friedlich zusammenleben und keiner kommt dir da an und sagt, du musst jetzt aber und keiner gibt dir Befehle. Also ist das dann auch so eine Welt, wo die Roboter alles machen, weil anders kann ich mir nicht erklären, wo das Essen dann herkommt. Ja, also du kannst halt sagen, einer stellt das Essen her und wer anders, der ist da für ein Arzt oder einer macht irgendwie Handwerk und die teilen dann alle miteinander, weil sie sich gerne so gerne mögen oder so. Ah, okay, also die Menschen machen schon noch die Sachen. Kommt drauf an, wie lange das noch dauert. Ich glaube, das wird nie passieren, aber... Also es gibt ja in gewissen anderen linken Utopien momentan die Forderung, dass es keine Lohnarbeit geben sollte. Da muss ich halt sagen, also vielleicht liegt das auch daran, dass ich halt aus der Arbeiterklasse komme und eigentlich jeden, den ich kenne, gefühlt arbeite, aber wie soll das funktionieren? Da frage ich mich halt immer so... Da gibt es ja noch so Fantasiezahlen, dass irgendwelche Studien belegen, 95% der Arbeit könnte eingespart werden und einfach nicht so... Ich weiß nicht, ob 95% ein bisschen viel ist, aber ich glaube, es gibt schon eine Menge Leute, glaube ich, die so Bullshit-Jobs machen, wo du denkst, eigentlich braucht man den nicht so richtig, oder? Was würdest du als so einen sehen zum Beispiel? Also administrativer Shit oder so, wenn meistens. Den kannst du halt verhältnismäßig schnell digitalisieren. Aber hier Häuser drucken und so, also ich habe noch keinen Job gemacht, wo ich mir denke, so der könnte auch einfach keiner machen. Ja, weiß nicht. Also ich glaube, manche Sachen werden irgendwie produziert oder irgendwelche dummen Produkte oder so, die dann als neuer Hype oder geiles Gadget präsentiert werden, wo man denkt, wenn das jetzt, wenn das den Leuten jetzt gar nicht gezeigt worden wäre, hätte es doch keiner vermisst wahrscheinlich. Ja klar, aber gut, also wie viel Prozent der Arbeitsplätze machen die aus? Also zum Beispiel jetzt hier sind Fidget-Spinner und Fingerfallen oder so, was weiß ich, ne? Richtig unnötiger Scheiß. Ich glaube, die sind ähnliche Fabriken, die machen erst Fidget-Spinner, dann die Fingerfallen oder umgekehrt. Aber du kannst halt irgendwie, du kannst halt in allen möglichen Scheiß kannst du irgendwie versichern lassen oder so. Es ist glaube ich auch ein Game. Ja, deswegen sind die auch haram, ne? Versicherung ist Glücksspiel. Hat Shaik Ibrahim gesagt. Ist halt schon mehr oder weniger. Es gibt halt auch diese Definition von Bullshit-Jobs. Ich kann es ja einfach mal googeln, du weißt ja, ich mache gar nicht so viel sowas. Aber ja, ich lese einfach Wikipedia vor. Ein Bullshit-Job ist, warte, ne, ach, das ist ein Sachbuch hier, warte, dann gibt es hier nicht Definitionen oder, hier, Typen von Bullshit-Jobs wird hier definiert. Ich lese einfach mal vor. Also, Lakaien sind Jobs, deren eigentlicher Sinn darin besteht, ihre Vorgesetzen wichtig aussehen zu lassen, zum Beispiel Rezeptionisten. Schläger werden nur gebraucht, um Schläger anderer Unternehmen in Schach zu halten, zum Beispiel Unternehmensanwälte, PR-Spezialisten. Was ist hier noch? Flickschuster gibt es noch. Die lösen die Symptome von Problemen temporär, ohne die Wurzel der Probleme anzugehen. Zum Beispiel Programmierer, die fehlerhaften Code reparieren. Kästchen... Hey, aber ist der Code dann nicht repariert? Was? Flickschuster hat jetzt quasi gesagt, temporäre Lösung für dauerhafte Probleme ohne eine Gesamtlösung. Da hätte ich jetzt sowas gesagt, wie Öl fließt auf die Straße und du legst einen Teppich drüber oder so. Nach dem Motto so, ey, wir haben hier noch dieses Ölleck, wir könnten auch die Leitung schweißen, aber jetzt zickert es irgendwo ein, wo es keiner mehr sieht, deswegen legen wir hier einen Teppich drüber. Aber wenn du Code reparierst, ist er doch repariert. Nee, das ist doch der Endlöse. Kommt vielleicht drauf an, ob man den braucht, ne? Hier wird noch definiert, ein Kästchenkreuzer, die sind mit Dokumentationen von Arbeit beschäftigt, ohne selbst nützliche Arbeit zu machen. Und Aufgabenverteiler kreieren und verteilen sinnlose Aufgaben, so mittleres Management und sowas. Das ist so eine Definition von Bullshitjobs. Ich bin zu 30% ein Kästchenkreuzer leider. Es gibt, glaube ich, Firmen, die würden auch funktionieren, wenn man dann ein bisschen weniger Leute hätte und ein bisschen weniger... Ja, auch... Es sind nicht unbedingt oft die Leute, weil das Ding ist halt, ich glaube, ich glaube, das ist eher eine prozentuale Verteilung, weil die meisten Leute sind nicht 100% Kästchenklicker oder sonst was, sondern du machst den Leuten den Job schwerer einfach. Ich habe es bei mir am Job, wenn ich einen Wagen kaputt schreibe, so sag ich hier, ey, da fehlt ein Rad, was ist da los? Dann schreibe ich einen Mängelbericht, weil ich habe dieses Ding nun ausgesetzt. Eventuell schreibe ich noch einen Zettel Verladeschaden, weil es könnte auch beim Kunden passiert sein. Dann schreibe ich einen Beschädigungsbericht, in dem alles nochmal drinsteht und am Ende fragt mich noch der Vorarbeiter und ich muss es ihm nochmal sagen. Also wenn es eine Fehlerklasse 5 ist, kriege ich nochmal ein Interview, was da passiert ist. Herr Volker, wie kommt denn das, dass das Rad da weg ist? Ich denke so, ey, dann stehe ich da und ich kann ja auch nur mutmaßen. Manchmal sind irgendwie Nägel im Boden und die Plane ist kaputt. Dann muss ich sagen, das sieht so aus, als hätte der Kunde da vielleicht, aber ich war jetzt auch nicht dabei. Das ist schon... Aber, weiß nicht, braucht man diese ganzen Leute, die so Maklersachen und so machen? Weiß nicht, sind die wichtig? Das habe ich mich... Ich will jetzt mich zu weit aus dem Fenster nehmen, meine Tante ist Makler, aber das habe ich mich auch schon öfter gefragt, aber ich habe sie noch nicht damit konfrontiert. Also ein Stück weit kann ich es ja natürlich verstehen, dass du eine Person hast, wenn du eine Immobilie verdingen willst, keine Ahnung, die deine Interessen so vertritt und für dich auch so das Präsentieren übernimmt, weil du willst dich jetzt auch nicht eventuell da selber hinstellen. Aber ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass die eine Pauschale vom Wert des Gebäudes kriegen. dass manche Jobs den Vorteil haben einfach, am Gewinn beteiligt zu werden und manche nicht... Also je nachdem, wo du bist, ist es ja auch eine positive Entwicklung, dass du nicht mehr am Gewinn beteiligt bist, weil Akkordarbeit ist jetzt so... Da bist du ja indirekt an deiner Leistung so beteiligt, also eigentlich ziemlich direkt. Oder es gibt ja noch diese Mischform, sag ich mal, du hast einen Festgehalt, plus du kriegst noch ein bisschen was pro Maschine oder was auch immer du schaffst, ne. Aber das ist halt auch... Aber du schaust noch ein Talenttransparent, oder? Also sagt man dir, wie viel deine Arbeit an Profit eingebracht hat und sagt dann... Nein, das nicht. Man sagt ja nur, hier, ey, du baust jetzt diese sechs Mäste oder was auch immer oder du schweißt jetzt sechs Träger und du kriegst so und so viel pro Träger, was der nachher gibt. Ja. Also das aber, das wäre auch komisch, das einem Kerl zu erklären, weil wenn du dem Schweißer dann sagst, guck mal hier, mein Freund, das ist der Materialwert, hier haben wir das verbrauchte Gas, hier ist deine Arbeitskraft, es ist ja eine übelst lange Kette, ne, und am Ende wird das Ganze zu einem Haus gebaut, da musst du nochmal die Monteure, den gemieteten Kran, keine Ahnung, fände ich jetzt schwer, dass einem Typen... Also das ist ja, ich glaube, was die Leute meinen, ist, dass es eh irgendwie schwierig ist zu bemessen, wie viel Geld jetzt was wert ist. Das ist ja alles von Leuten irgendwie festgelegt worden, mal. Ja. Also du kannst ja eigentlich nur vergleichen, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Betrieb bist, dann kannst du dich mit deinem direkten Kollegen vergleichen, der das gleiche macht wie du, in der gleichen Firma, dann kannst du irgendwie sagen, der eine, der hat irgendwie mehr produziert nach der Zeit oder so. Meistens werden die halt nach der Zugehörigkeit bezahlt. Also bei der Bahn steigt es zum Beispiel alle fünf Jahre, eine Entgeltgruppe glaube ich heißt das auf, und dass man quasi Firmentreue honoriert, kann ich durchaus nachvollziehen. Da bin ich jetzt auch nicht sauer, dass eventuell der ältere Kollege, der so gar noch ein bisschen, sag ich mal, kaputter ist als ich und sich jetzt nicht mehr so unter den Wagen schmeißen kann, dass der weniger arbeitet, aber mehr schafft, kann ich da durchaus nachvollziehen. Aber ist eine Stunde im Kindergarten arbeiten weniger wert oder mehr wert als irgendwie eine Stunde Lokführer sein oder so? Also das kannst du ja schlecht irgendwie bemessen. Ja, das ist halt das Problem. Am Ende kannst du auch noch absurder machen, ist ein Onlyfans Model 50 Becker wert? Ja, manche ja dann auch nicht. Also es gibt ja Leute, die gehen zu Onlyfans und kriegen da gar nichts oder irgendwie fünf Euro und die werden umsonst verteilt und sowas. Aber wenn du diese NPCs streamer siehst, die kriegen ja teilweise mehrere tausend am Tag dafür, dass die da selbst nur ein eigenes Game Game gehen. Ja gut, das ist aber dasselbe jetzt wie bei Onlyfans, auch nicht alle. Ja. Es gibt auch ein paar. Das ist ja irgendwie noch alberner. Keine Ahnung, wenn sich NPCs Streams anguckt, der ist einfach nicht ehrlich genug ein Porno aufzumachen, finde ich, weil die Leute, die NPCs Streams machen, sehen überraschend gut aus. Ich habe noch nie eine hässliche NPC gesehen. Na, die drehen auch teilweise Pornos nebenbei. Ach, ich bin überrascht. Du hast in der Recherche gesehen. Ich habe nach der einen mal gesucht, weil ich diesen Clip finden wollte. Die hatte... Du meinst, die schwarze, die quasi die erste war so. Also, die erste war ja eine Japanerin. Die ging bei Twitter rum und dann habe ich Twitter aufgemacht, um nach der zu suchen und wenn du den Namen eingibst, sind erstmal ganz, ganz viele Ergebnisse, wie sie den Pimmel im Mund hat und sowas. Ja, also die hat ja auch kurz Zeit später, die hat ja nach dem Video noch, nicht wegen dir jetzt, hat die ja noch rumgeheult, dass ihr Onlyfans-Zeug überall im Internet umsonst zu finden ist. Ja. Ja, ich habe es halt dann in der Recherche auch alles gefunden, obwohl ich eigentlich nur den Clip wollte, wie sie Gang Gang sagt, aber naja. Gang Gang oder Gang Bang? Ja, beides glaube ich. Ah, ah, das wäre natürlich eine schöne Variante, wenn ihr aus Versehen mal da ihr anderer Firmenzweig rausrutscht. Ja, was ich halt komisch finde, du hast irgendwie über Geld quasi so eine Regelung geschaffen, dass du jetzt sagst, weiß ich nicht, eine Stunde Kindergarten, das ist jetzt 15 Euro wert und eine Stunde Lokführer 20 oder so, wahrscheinlich keine ganz korrekten Zahlen und dann kannst du eine Stunde irgendwie Model sein, kriegst du vielleicht sogar 1000 für oder so und du hast halt einfach diese komische Einteilung, dass du sagst, das ist so viel wert und das ist so viel wert und dann kann man jetzt sagen, irgendwie teilweise regelt einen Markt oder eine Konkurrenz oder sowas, aber manchmal stimmt das dann auch nicht so ganz. Ja, das mit dem Markt habe ich früher auch gedacht, weil das klingt in der Theorie richtig so und wenn die Gedankenbeispiele sind dann immer auch so kleine Sachen wie der Bauer auf dem Dorf und so, macht auch durchaus Sinn, aber ab einer gewissen Größe wird es absurd und dann haben wir noch ein ganz großes Problem mit dem Unterschied zwischen digitalen und realen Dingen, weil du halt am Ende, wenn du ein Programm schreibst, das kannst du zwei Milliarden mal verkaufen, wenn du Bock drauf hast. Der Schloss da mit seinem Geländer steht mit seinem einen Geländer da, hat das verbaut und muss dann wieder von vorne anfangen. Das müsste man meiner Meinung nach überprüfen. Ich mag, wenn du irgendwie welche Bauern hast und dann sagst du bei dem anderen, bei dem einen, da schmeckt das Brot irgendwie leckerer als bei dem anderen oder so oder das, keine Ahnung, das Gemüse, was der anbaut, aber wenn du jetzt sowas hast wie die Bahn oder so, da kannst du halt schlecht irgendwie sagen, da fährt halt einen Zug von einer anderen Firma drauf, aber der Bahn gehören halt die Bahnhofhöfe und die Schienen, also da kannst du keine Konkurrenz reinbauen. So viel Bahnhöfe gehören der Bahn auch nicht mehr. Ja gut. Die Bahn hat ja eine großartige Idee gehabt, so let's go, wir gehen an die Börse, wir verkaufen alle Bahnhöfe und mieten sie selber wieder an und dann zahlen wir unserem Chef hier dem Lehrdorn oder Dorf, keine Ahnung wie er hieß, hier die Scheiße wieder Prämien aus. Das ist so asozial, ne? Ja, aber dem Chef kann es ja egal sein. Ja, das ist ja das Problem. Der verkauft die dann einmal, dann kriegt er die richtig dicke Kohle und dann nach ein paar Jahren ist der weg und dann hat er halt das Geld und ist ihm egal. Ja, also der hat nicht direkt Geld von diesen Bahnhöfen bekommen, sondern der hat da nur schöne Zahlen geschrieben, für seine Präsidentschaftszeit und darüber dann eine Prämie bekommen, wie toll er ja gewirtschaftet hat. Das finde ich aber auch ein Verbrechen einfach am Volk so. Das ist nicht so, du hast für privaten Profit ein staatliches Unternehmen quasi ruiniert, das ist schon Verrat am Volk. Aber das ist ja regelmäßig, auch anders, wenn du zur Corona-Pandemie hattest, dann lassen sich irgendwie Lufthansa und Co. dann retten und lassen sich da irgendwie ein paar Milliarden geben und wenn dann aber zwei Jahre später Übergewinn ist und man sagt, das ist jetzt hier Krieg, Inflation, die ganzen Bürger haben keine Kohle mehr, ihr habt doch so dicke Gewinn gemacht jetzt, dann sagen die, aber wir haben halt fleißig gewirtschaftet, wir behalten das jetzt. Ja, ey, das auch, ich kann natürlich auch irgendwo verstehen, dass man gewisse Firmen rettet, weil man sagt so, ey, da arbeiten ja auch Leute, man rettet die Firmen ja nicht für die Firmenwillen, sondern theoretisch für den Arbeiternehmerwillen, aber das funktioniert ja auch nicht so richtig so, auch wenn dann Sachen wie, was ich halt wirklich dreist finde, ist, wenn dann welche Spiellokale Corona-Hilfen kriegen, ist natürlich, da muss ich ganz ehrlich sagen, man müsste die Dinge eventuell, die Besteuerung daran abhängig machen, wie viel Wert etwas für eine Gesellschaft hat. Ja, aber das kannst du ja wieder auch nicht gut berechnen. Das wird schwierig, ja, aber man kann es in grobe Kategorien, denke ich, einteilen und Spiellokale haben quasi keine. Einfach keine. Sie trocken halt Leute ab. Die nutzen die Suche von Leuten aus, um die in diese Insolvenz zu treiben. Das ist, also ich bin ja auch so ein normaler, ich verstehe so Freiheit und so, viele Dinge kann ich durchaus verstehen, wenn man die einfach argumentiert mit, ja, aber schafft Freiheit oder beziehungsweise Moral, ist ja auch wichtig, dass du irgendwie so am Lauf, einfach, dass du Bock hast, du musst ja auch irgendwie Spaß haben und Spaß lässt sich meistens nicht erklären, so, du kannst auch nicht, es ist schwer zu sagen, wie sinnvoll ist ein Bowling Center für die Gesellschaft, aber es ist halt eine positive Art von Spaß. Noch niemand ist von Bowling süchtig geworden, glaube ich. Aber im Grunde vernichtest du ja, also die vernichten ja Freiheit auch dadurch, dass sie deine Sucht ausnutzen. Ja, genau. Oder deine Schwäche, dass du sagst, na, aber vielleicht gewinne ich und dann gehst du mal rein und wenn du dann da dein Geld verlierst, dann hast du ja viel, viel weniger Freiheit, wenn du dann, du kannst dann, wenn du wirklich komplett pleite bist, vielleicht sogar verschuldet, dann ist die Freiheit frei. Das Ding, du kannst ja nicht komplett pleite sein, du kannst ja gefühlt immer weitermachen, immer mehr verschulden. Ja, aber dann, das wird dann halt immer unangenehmer. Irgendwann kommst du dann in den Knast oder kriegst eine Verhandlung oder sowas. Ja, ich glaube, ey, also die Spielsucht endet, also die echte Spielsucht endet erst mit Knast, glaube ich. Oder natürlich mit der Intervention vom persönlichen Umfeld, aber ich glaube, das ist auch sehr schwer. Ach, einige gehen da sogar drauf dran. Ja gut, das wäre natürlich das andere auch. Also das ist wirklich gar nicht mal so selten, dass Spielsüchtige sich irgendwann einfach umbringen, weil die hoch verschuldet sind und sich bei ihrem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis unbeliebt gemacht haben, weil sie sich irgendwie überall Geld geliehen haben und das nicht zurückgegeben haben oder sowas. Und weiß ich nicht, vielleicht haben die eine Familie und müssen der Familie dann erklären, warum plötzlich alle Sachen verschwinden und warum alles irgendwie gefendet wird oder die das verkaufen oder sowas. Hast du mal selber drüber nachgedacht, einen Kredit aufzunehmen und einfach auf Rot zu setzen? Na, dumme Idee, glaube ich. Es ist theoretisch eine dumme Idee, aber man, also ich werde es nicht machen, weil das einfach viel zu viel Überwindung kostet, mir einen Sakko zu kaufen für ein Casino. Aber die, theoretisch kann, also man ganz theoretisch könnte mit einer Rolle halt dein ganzes Leben halt besser laufen, ne? Ja, aber kannst auch kaputt gehen einfach. Ja, das ist das Ding halt, ne? Das ist völliger Zufall halt. Das ist ja das Komische daran, dass wenn du Leuten das ausrechnen würdest, wie die Chancen sind, also die Leute würden ja nicht direkt russisches Roulette spielen oder so und dann sagst du denen, ja, wenn du nicht stirbst, dann kriegst du Geld dafür. Das würden viele wahrscheinlich nicht machen. Ja gut, aber ich sag mal so, hättest du eine hohe Chance, was bei Roulette ist, 9,49, 2 oder so die Chance, wegen der Null. Das ist ja theoretisch eine 9,49 Chance zu gewinnen, halt was hohes, ne? Aber die ist unter 50 Prozent, also wenn du dich mal fragst, warum diese ganzen Casinos, da irgendwelche Leute in teuren Anzügen stehen haben und irgendwelche Goldverzierungen und einen schicken Brunnen im Eingang, frag dich mal, wo das bezahlt wurde, ne? Ist die Größe des Brunnens wichtig? Ich glaube, das ist, ich glaube, so ein Casino lebt auch davon, dass es, es ist ja das Absurde davon. Aber Brunnen gilt, glaube ich, nur für Agenturen von Stars, als Maßeinheit. Aber ist das nicht in Casinos auch immer so mega hübsch gemacht, in so Größten? Ja, aber ich dachte, du kennst, ich dachte, das ist South Park-Humor, du machst South Park-Humor. Da haben die doch die Folge mit den Star-Agenturen, wo die sich, wo die alles immer nur daran bemessen, wie groß der Springbrunnen in der Lobby ist und du weißt genau, wie groß, mehr Stockwerke heißt bessere Agentur. Aber das ist ja wirklich so, die Leute kommen da rein und die haben dann, die sind dann erstmal erschlagen von dem Anblick und sagen, oh, alles so prunkvoll hier. Aber das ist halt so prunkvoll, weil irgendwelche Leute vorher reingegangen sind und ihre Kohle verloren haben. Eigentlich sind das ja dann wahrscheinlich die größeren Abzocker als die anderen Spiele, die halt nicht in die Optik stecken. Ich denke mir auch jedes Mal, wenn man arbeitslos ist, dann gerät man so gut wie immer auch mal an irgendein Pyramidensystem, weil die sich auch mal gerne unter die, sag ich mal, normalen Bewerbungen da schmuggeln, so bei den Angeboten. Und jedes Mal, wenn ich dann mit irgendeinem rede... Was? Multilevel-Marketing und sowas. Ja, ja. Das sind auch so Bullshit-Jobs. Häufig sind es Versicherungen. Das sind auf jeden Fall Bullshit-Jobs. Ey, Dropshipping. Muss es das geben? Die Gesellschaft wäre wahrscheinlich besser, wenn es das nicht gäbe, oder? Habe ich dich letztens gefragt, was Dropshipping ist oder Silas? Ich war mir nämlich nicht 100% sicher, was das ist. Kann sein. Aber das ist doch Dinge kaufen und weiterverkaufen, ne? Theoretisch. Ne, das ist ein Händler. Dropshipping ist noch dreister. Okay. Dropshipping ist, ich finde irgendeine Seite, die richtig billig irgendwas verkauft. Irgendwie Wish oder Temu oder diese ganzen Quatschen. Ja, und die Sachen verkaufe ich weiter. Hier ist für 1 Euro irgendein tolles Gadget. Und ich kaufe aber nicht 100 Stück davon und verkaufe die dann hier weiter. oder so. Sondern ich baue mir eine Seite, wo du das kaufen kannst für mehr Geld. Und das kommt gar nicht zu mir, sondern die Adresse, die du auf meiner Seite eingibst. Ja, okay. VPN für kaufen quasi? Ein Proxy? Nein, nein, nein. Also ich baue quasi nur eine Maske über... Ja, ja, klar. Ich verstehe schon. Du stehst auf dem Rewe und verkaufst quasi Toastbrot aus dem Rewe. Ja, im Grunde schon. Aber also... Also ich... Ich gehe nicht mal selber in den Rewe rein und hole das raus und gebe das wem. Ja. Sondern ich kenne mir nur eine Seite, wo ein Bot drauf ist. Der dir sagt, wo du im Rewe Toastbrot bist. Du sagst dir, das Produkt für 10 Euro sieht ja cool aus. Trägst da deine Bankdaten und deine Adresse ein. Und dein Bot gibt das weiter an die Seite. Die schicken dir das. Und ich kriege 10 Euro, kaufe das für 1 Euro ein und vielleicht noch ein bisschen Versand oder so. Und ich sage mir einfach nur Kohle ein. Also ich mache nur künstlich Produkte teurer, wenn ich das mache. Das ist einfach nur Abzocke. Ey, das ist ja auch... Das war ja auch bei PS5 ein riesiges Problem. Ich habe da auch auf der Arbeit Leute, die das halt machen. Die melden sich dann bei GameStop an und ihre Frau und ihren Cousin auch noch. Nachher haben die halt 5 Playstation 5 und wollen gar keine davon. Stellen sie auf Ebay. Ja, ja. Das ist ja nochmal das, was Leute auch mit so Tickets für Konzerte und so machen. Ja, ja. Aber die gehen ja immerhin noch ein Risiko ein. Es könnte ja sein, dass dann auf das Konzert doch irgendwie keiner gehen würde. Dass es doch nicht ausverkauft ist. Ja, aber im Konzert ist jetzt noch eine einmalige Sache, weil das Konzert ist natürlich nochmal das andere, dass das Thema dann, dass es verfällt quasi. Da gibt es einen relativ schnellen Abfall des Preises am letzten Datum. Die Playstation 5 verfällt ja auch quasi, wenn die Playstation 6 da ist. Ich bitte nicht, aber das ist ja selten. Ich meine, die war gefühlt zwei Jahre nur ausverkauft. Und da gab es ja auch Bots, die halt einfach alles, was sie im Internet gefunden haben, aufgekauft haben und dann halt wieder weiter. Da haben sie halt das Dropshipping schon mit so einem Lagersystem dazwischen. Das ist schon ekelhaft, dass man so eine künstliche Knappheit schafft, nur um sich selber zu bereichern. Ja, aber Dropshipping wäre eher so, als würde ich vielleicht, weiß nicht, ich verstehe schon, wie Dropshipping funktioniert. Ja, als würde ich dann im Flohmarkt gehen und mich irgendwie an den Eingang stellen und quasi ein Plakat machen, welche Produkte es alle gibt und dann sagst du, das sieht gut aus und dann gehe ich zu einem anderen Stand, kaufe das und bringe dir das, nur, dass es sogar noch ein Bot macht. Ja. Also die machen einfach nur künstlich Sachen teurer und werden richtig reich damit teilweise. Und das ist halt einfach ein Scan. Und dann sitzen die Nesda-GF-Dokus und reden darüber, dass das über Klima Ja, und sage ich, ich habe den Privatjob hier verdient, weil ich habe, ich habe Dropshipping gemacht. Ja, aber da werden die Leute irgendwelche Versicherungen anregst mit Kleingedrucktem, wo dann, wo die dann denken, ach, ich bin jetzt sicher, ich kaufe das und wenn es dann wirklich eintritt, dann sagen sie, ah, das ist ein Sonderfall, der zählt leider doch nicht oder so. Davon gibt es ja auch Äthlische Geschichten. Ja, Versicherungen sind auch, ey, das sind so Sachen wie, also mein Chef hat mir das mal gesagt, ich weiß nicht, ob der das nur gesagt hat, um mich zu verunsichern, aber wenn ich auf der Arbeit von einem Container erschlagen werde und dabei keinen Helm getragen hat, zahlt die Versicherung nicht. Und ich muss auf Arbeit, also ich brauche Einlagen im Schuh, die Bahn akzeptiert aber nur gewisse Ärzte, die sie selber halt festlegen. Warum? Die anderen müssen dir auch so ein Zertifikat schreiben. Es gibt sowas wie, das heißt so, Materialverlässlichkeit oder sowas, dann muss die Einlage aus demselben Material sein wie der Schuh selber, damit du die vom Hersteller gegebene Garantien erfüllst. Damit der nicht sagt, so ey, hier, du baust hier nur Scheiße ein, du hast quasi Stroh reingeschmissen und jetzt sagst du, das fühlst dich kacke an, das geht so nicht. Ja, aber du hast halt voll viel so Bullshit-Bürokratie einfach, wo man sagt, das muss jetzt genau so und so sein, wo alle irgendwie, die sich näher mit beschäftigen, sagen, er gibt irgendwie nicht so viel Sinn oder es wirkt irgendwie ein bisschen zu streng und albern. Das ist aber ganz typisch deutsches, oder? Was? Ich habe nicht viel Erfahrung in anderen Ländern, aber von dem, was man so hört, ist das eine sehr deutsche Sache auch. Ich glaube, in Deutschland schon mehr, ja, es gibt, ich denke mal, es gibt auch einige andere Länder, wo das so ist, aber Deutschland ist schon sehr steif und sehr auf Vorgaben aus. Aber nochmal zu Utopie, was du meintest am Anfang. Also ich finde, ich finde es zum Beispiel traurig, wie viele Leute es gibt, die einfach total wenig bekommen und wenn du sie aber kennenlernst und sie erzählen, was sie machen, dann denkst du eigentlich, eigentlich ist das schon wichtig, dass der das macht und ich würde mir halt wünschen, dass Leute, die sich irgendwie anstrengen und Mühe geben, dass die dann halt auch richtig entlohnt werden dafür und dass du nicht sagst, du machst hier irgendwie, also Gastro ist so ein Beispiel, das ist komplett scheiße, in einer Gastro kriegen irgendwie alle Mindestlohn gefühlt. Ja, da kommt man mit der Trinkgeldausrede. Was? Da kommt man da mit der Trinkgeldausrede. Ja, also manche kriegen dann sogar unter Mindestlohn und man sagt, naja, du kriegst ja Trinkgeld, dann schaffst du es ja doch irgendwie. Also ich habe auch zum Beispiel mal Essen ausgefahren, da habe ich sechs Euro die Stunde bekommen und der meinte, ja, mit Trinkgeld kriegst du ja zehn. Das war nicht so ganz legal wahrscheinlich, aber... Also ich habe ja jetzt ein paar Wochen in der Bar gearbeitet, aber dann wegen Rücken musste ich aufhören, weil, also ich war krankgeschrieben und wenn ich im Hauptjob krankgeschrieben bin, kann ich ja nicht in der Bar rumtanzen, so wenn das jemand sieht, ist halt Turn-up, logischerweise. Und ich muss schon sagen, mir macht Gastro schon Spaß, ne? Also wenn ich... Es macht Spaß, aber es ist schon krass anstrengend und die kriegen nicht viel dafür oder Leute, die... Freunde, die sind Pfleger, die kriegen auch nicht so viel und die machen was, da haben viele keinen Bock drauf. du willst nicht irgendwelche Rentner putzen und irgendwelche Leute sich einscheißen, sauber machen oder so, das wollen echt viele nicht. Das sind total stressige Jobs und die haben teilweise scheiß Arbeitszeiten und die kriegen gar nicht mal so viel dafür. Ja, die haben richtig abartige und bei denen läuft ja auch abartige Bürokratie. Ich habe eine Freundin da drin, die ist momentan in der Hisleiharbeiterin und findet aber nichts Festes, weil diese Häuser über irgendwie so eine Art... Die dürfen die Leute nur über einen Schlüssel einstellen. Das heißt, wenn du so und so viele Leute hast, hast du nur so und so viele Festangestellte und so und so viele Hilfskräfte. Und dann musst du... Und wenn das feste Konto voll ist und das ist dann auch teilweise voll zum Beispiel mit Frauen, die schwanger sind, die werden dann trotzdem für die Zeit als feste Mitglieder gezählt, kann die Frau natürlich nichts für, aber die fehlt halt nicht nur... Die dürfen keinen Ersatz einstellen für die Zeit einfach. Das finde ich schon abartig irgendwie. Können die diese Verbetungen sich holen dann? Befristet? Ja, aber nicht nur, nur wenn sie noch Plätze auf diesem Befristet-Konto frei haben. Okay. Oder auch mit Krankheitsfällen und so. Das ist natürlich dann... Und die sagt so, die ist jetzt Leiharbeiterin in der Stadt, die ist jetzt von hier, wo ich wohne, in die Stadt gezogen. Und da kann man als Leiharbeiter mehr verdienen in der Pflege als als Festangestellte wegen diesem komischen System. Da denkst du dir auch so, ey, das sollte so eigentlich für alle keinen Sinn ergeben. Ich kann theoretisch auch noch das Leiharbeitsding so ein bisschen nachvollziehen, dass du halt nur so... Für die Gesellschaft sind Leiharbeiter eine Ressource, die kurzfristig Ausfall kompensieren kann. Aber sollte auch besser... Also erstens, es wird eher wie eine Ausrede genommen, Leute weniger zu bezahlen. Und insgesamt sollte es wahrscheinlich eher durch, sag ich mal, Überanstellung kompensiert werden, dass du halt einen zu viel hast als einen zu wenig. Ja, aber das Blöde ist halt, wenn du sowas hast wie Mindestlohn, dann denken ja viele Chefs, Mindestlohn ist genauso viel, kostet ein Arbeiter. Das heißt ja, es ist an sich eine coole Idee, dass man sagt, man sichert nach unten ab, dass keiner jetzt komplett runterrutscht. Aber aktuell ist es ja zum Beispiel so, wenn du jetzt gerade Mindestlohn kriegst, und Mieten werden teurer und Essen wird teurer und so, da kannst du halt nicht geil von leben. Das ist irgendwie scheiße. Und diese Leute, die geben sich ja Mühe. Du kennst ja hier, du Geringverdiener und sowas von Ron Bilecki. Das ist ja, die Leute, die Geringverdiener sind, das sind ja keine Arbeitslosen oder so, wo man sagt, der liegt ja nur rum. Ja, das sind halt Leute, die strengen sich an und man gibt denen einfach nicht genug und die machen ja was. Man muss halt zu Rons Verteidigung sagen, der hat noch nie ein echtes Leben geführt. Der ist halt ein reicher Volldulli. Ja, aber Ron Bilecki ist doch im Grunde ein Sozialschmarotzer, oder? Das ist doch jemand, der auf den Namen der Leute Kohle verprasst. Der hat für die Gesellschaft überhaupt keinen Wert einfach. Also, der hat einen Shitjob, also einen Bullshitjob. Wenn der wegfällt, merkt ja keiner. Also, natürlich, ein einzelner Metallbauer, der wegfällt, wird jetzt auch nicht so auffallen, aber so, der Gesamtwert, den Ron liefert, den sehe ich nicht. Vor allem dann, es ist ja nicht so, dass der halt einfach nur ein bisschen Content ins Internet play ist, dann kommen ja noch diverse Abzocken hier mit der NFT-Karte, die er hatte. Der hat ja mal den Tornado-Club, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Nee, nicht genau, aber er passt zu ihm. Also, es war ein NFT, der eine Club-Karte ist. Das Prinzip kann ich durchaus nachvollziehen, so genauso, wie ich auch verstehen kann, wie man auf die Idee kam, NFTs zu machen. Nur halt, die Ausführung ist natürlich eine komplett Katastrophe. Bei ihm war es so, du kaufst das NFT, bist damit Teil eines Clubs und kannst damit unendlich viele Gewinnspielen teilnehmen und hier und da darfst du mal zu Besuch kommen und irgendwann. Ja, am Ende, der Code war wohl komplett für die Tonne, der war wohl eins zu eins kopiert, dann hast du halt das Wort durch das andere ausgetauscht, das NFT ist jetzt Tornado-Cart. Das ist schon alles sehr nach Scam ausgesehen und man hört jetzt auch nichts mehr davon. So ein Scam lohnt sich einfach viel zu sehr. Ja, ja. Wenn du irgendwie ein Wagenmeister bist oder ein Lokführer oder so, da kannst du sogar Überstunden machen, du weißt, damit wirst du kein Millionär werden wahrscheinlich. Vor allem werden die auch nochmal besteuert, Dick. Ja, ja, aber wenn du irgendwelche Abzocksysteme machst, weiß nicht, du betest irgendwelche Leute in irgendwelche Pyramidensysteme oder Versicherungen oder was weiß ich aus dem Scheiß rein, da kannst du halt hochskalieren. Und also nach diesem... Ja, 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 dieses Gesetz der Potenzmäßige, das ist einfach nach oben, es wird immer steiler, die Kurve. Ja, also wenn du zum Beispiel, angenommen, du hast einen Betrieb und der Chef und der Arbeiter, die kriegen beide 50-50. Wenn du einen Chef und einen Arbeiter hast, dann kriegen die gleich viel. Aber wenn der Chef dann einfach zehn Arbeiter einstellt und alle machen 50-50, dann kriegt der halt zehnmal so viel wie alle, die da drunter sind. Und gut, dann steuerst du es ein bisschen. Aber je weiter das nach oben geht, das lässt sich ja immer weiter steigern. Und irgendwann kommst du dann in so Perversionen, dass die das einfach über Generationen weitervererben, so komplette Betriebe oder Kohle oder so. Und wenn du dann so Leute hast, wie diese Leute, die BMW geerbt haben oder sowas, die haben dann einfach so ein paar Milliarden einfach von Anfang an. Und dann hast du noch diese ganzen Späße mit Zinsen und so weiter. Die können ja echt einfach das in irgendein Sparbuch schmeißen und einfach von den Zinsen leben. Und die müssen überhaupt nichts mehr machen. Das ist wirklich absurd, dass du irgendwann eigentlich ein Level erreichst. Du kannst alle, du brauchst gar nichts mehr machen und du kannst nicht mehr Pleite gehen. Das ist einfach nicht mehr geht, gefühlt. Außer natürlich, du kaufst dir eine Yacht und versenkst die direkt. Ja, ja, aber du kannst zum Beispiel auch irgendwie, wenn du ganz viele Häuser hast oder sowas, dann vererbst du die alle und vielleicht hast du in einem davon mal einen Mietnomaden drin oder irgendwo ziehst du vielleicht mal einen Einladen. Ich meine, bei Häusern hast du immer noch eine Verantwortung dabei. Du musst was machen. Klar, du kannst natürlich, wenn der Gewinn über den Kosten... Ja, ja, klar. Ja, aber das ist ja noch irgendwas wenigstens. Ich meine, du hast noch irgendwas, aber ich meine, es ist ja sogar so absolut, dass du theoretisch all dein Geld verflüssigen kannst, also all deine Wertsachen verflüssigen kannst, die in einer Bank gibst und dann nur noch davon lebst. Das ist ja das Endlevel an Dummheit eigentlich. Das sollte nicht funktionieren dürfen. Es sollte nicht so sein, dass man sagt, ey, du hast das Spiel jetzt durchgespielt, Leben auf unseren Nacken für immer. Ja, das Komische ist ja, wenn du jetzt zu einer Bank gehst und du kriegst irgendwas Kleines, weiß nicht, ein, zwei Prozent oder so, warum sollten die dir einfach Geld schenken? Das muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, dann irgendwer anders muss einen Kredit aufnehmen oder irgendwer wird irgendwie über den Tisch gezogen oder sowas, also irgendwo muss der herkommen. Findest du die Börses Glücksspiel? Zum Teil schon, ne? Ich muss sagen, ich irgendwann, die grobe Idee kann ich ja verstehen, dass man Firmenanteile verkauft, um selber Geld zu haben, um es zu investieren und damit zu hoffen, dass sich diese, dass sich das dann ausgeht, dass ich jetzt, ich verkaufe 10 Prozent, mache aber 12 Prozent mehr Gewinn oder so, und dann bin ich trotzdem nachher wieder beim Selben. Kann ich verstehen. Aber ab dem Moment, wo man shorten kann, war es für mich vorbei einfach. Ja, das fand ich auch krass, weil dann hast du halt wirklich ein Interesse daran, jemanden kaputt zu machen. Das und... Dann sagst du, ey Bank, 50 Euro da drauf, dass der Typ pleite geht. Ja, ist der weg. Es gibt keinen Unterschied, was du Pferd erwähnt, eigentlich. Du bist irgendwie Böhmermann oder so und dann shortest du irgendeine Firma und dann machst du einen Beitrag darüber, wie scheiße die sind. Ja, gut, das ist Insiderhandel, oder? Ja, könnte man so nennen, aber ich meine... Ist das nicht bei Elon Musk so? Ich weiß, ob es immer noch so ist, dass der irgendwie, bevor der tweetet, musste irgendwie ein Gutachter drüber gucken, weil der mehrmals den Tesla-Kurs gecrasht hat mit irgendwelchen Jokes. Er hat dann getweetet so, Dinger, ich glaube, ich verkaufe Tesla, das Ding ist durch. Und dann einfach so auf Spaß getweetet und dann ist das Ding da komplett eskaliert. Ja, aber so was... Bei der Börse, da läuft halt so viel irgendwie schief, dass du sowas machen kannst und halt auch, wenn du denkst, Geld ist irgendwie so ein Wert, dass du sagst, ein Lokführer ist pro Stunde 20 Euro wert oder so. Und irgendein Typ geht einfach in eine Bank und kann innerhalb von Sekunden irgendwie ein bisschen Papiere hin und her schieben und kriegt ein paar Tausend dann dafür da am Ende raus. Das ist definitiv ein Bullshit-Job. Also der ganze Broker-Scheiß hat keinen Wert für die Gesellschaft, glaube ich. Der schiebt halt irgendein Zeug hin und her und wenn er das nicht gemacht hätte, wäre das... Also wo kommt die Kohle her? Wem hat er die weggenommen? Weil wenn du denkst, du hast... Mit Geld holst du dir irgendwie Dienstleistungen oder Ressourcen oder Platz oder sowas. So der Platz und die Ressourcen auf der Welt sind ja begrenzt. Und du kannst dir halt mit einer bestimmten Anzahl Geld kannst du dir irgendwie ein Grundstück kaufen oder sowas. Und wenn du denkst, warum verdient der Typ das jetzt dafür, dass der da ein bisschen Papier hin und her schiebt? Also was hat das gebracht? Das ist ja auch mit Luxus so komisch, weil theoretisch... Also theoretisch ist ja einfach nur Geld, ist eine Art Multiplikator oder eine Übersetzung, um Zeit anderer Leute zu bemessen. Und dass du eine Uhr haben kannst oder ein Haus und die kosten gleich viel. Aber eins davon hat zum Beispiel gar keinen Wert für die Gesellschaft. Und das andere hat... Selbst wenn... Wenn alle Stricke reißen, hast du am Ende immer lieber ein Haus. Als Gesellschaft gesehen meine ich jetzt. Egal, wen das Haus jetzt nachher gehört. Ja, das Haus ist da und es ist gut. Das Haus ist einfach da, es ist gut, es kann weiter genutzt werden. Die Rolex ist einfach nutzlos. Ja, außer das Haus geht den Arsch. Das Haus musst du ja pflegen. Klar, aber dann kannst du auch sagen, was wenn die Rolex im Fluss fällt. Ja gut, aber wenn die Rolex einfach vorlegst, die ist relativ klein, die kannst du transportieren. Und also... Ja, aber die hat trotzdem keinen Wert für die Gesellschaft. Ja, aber als Wertanlage ergibt das ja Sinn, dass du einfach so ein Ding, was irgendwie viele Leute haben wollen, was wahrscheinlich in zehn Jahren immer noch viele Leute haben wollen, das legst du einfach in irgendeinen Tresor und wenn du irgendwann Geld brauchst, dann vertickst du das wieder. Das machen Haus. Das hängt von so vielen Faktoren ab, ob das inzwischen... Ja, klar, als Investment macht das Sinn. Aber es sollte es doch nicht. ...gegen schlechter geworden ist und so weiter, was... Hm? Es sollte doch keinen Sinn machen. Ja, eigentlich nicht, ne? Es sollte nicht so... Genau, bei Kunstwerken kann ich es irgendwie noch ein kleines Stück nachvollziehen, aber eigentlich auch da sollte... Kunst, keine Ahnung, Kunst sollte in Museen stehen und nicht in irgendwelchen Privatbesitz, die da auch wieder... Also allgemein mal das Gefühl, reiche Leute suchen immer nur einen Grund für Glücksspiel, ne? Also Kunst ist ja wirklich asozial, wenn du dir das privat in die Wohnung holst, weil im Museum, gut, da zahlt man dann ein bisschen Eintritt und so, aber die Leute können das angucken, dann hängt ein Schildchen dran, wer das gemalt hat, vielleicht noch, wer das gesponsert hat oder so und sagt, das ist hier aus dem Besitz von Sven, aber der hat es hier mit hingehängt oder so. Das ist ja dann... Da haben wenigstens alle noch was davon. Ja, dann können auch mal normale Leute... Mein Traum ist es, dass mein Bild bei irgendeinem reichen Typen in der Wohnung hängt und sich das keiner angucken darf. Ja, stell dir mal vor, es ist so seine jahrelange Passion und am Ende hat das irgendein Justus Jonas, der das nur hat, weil er denkt, dass das mehr wert ist und das hängt nicht mehr in der Wohnung, das liegt in irgendeinem klimatisierten Tresor mit perfekter Umgebung, um die Farbe weniger abzunutzen oder sowas, ne? Ja, da musst du das doch... Als Künstler musst du doch komplett Abfahrt kriegen. Ich glaube auch Künstler und Kunstsammler oder Kunsthändler, das sind zwei völlig verschiedene Welten. Das sind einfach komplett andere Leute. Das eine sind halt Leute, die wollen irgendwie ihre Idee auf irgendwie eine Leinwand bringen und die denken sich dabei was und die haben, glaube ich, oft gar nicht so Bock auf dieses ganze Wirtschaftszeugs und die Leute, die das kaufen, die haben meistens auch gar nicht so das Kunstverständnis, sondern die gucken halt aufs Preisschild und du kannst ihnen das geilste Kunstwerk präsentieren, was du dir vorstellen kannst und sagst irgendwie, das kostet 20 Euro oder so und die denken, naja, gut, ich nehme lieber das, was mehr kostet oder so, ne? Aber die sehen dann nur... Das ist wie mit Pokémon-Karten so ein bisschen, als ob sie das alle ausgepackt haben. Die haben nur darüber geredet, wie teuer die sind. Ja, das ist ja aber auch, weil Twitch-Streamer einfach allgemeine Ausrede suchen, Glücksspiel zu pushen. Also irgendeine Form von Glücksspiel, ne? Weil, also... Na gut, Skirrus bringt das Beispiel momentan auch immer, wobei ich da auch immer denke, so, wo kommt diese Moral jetzt her? Aber da sehe ich schon wie eher, Leute, die FIFA-Packs aufmachen, haben die Fresse zu halten über Casino-Streams einfach. Ihr seid ja derselbe Schmutz. Ja. Und CSGO-Skins... Wobei, also... In der Verwerflichkeit steht FIFA noch über CSGO, weil du bei FIFA einfach weißt, in einem Jahr kannst du das alles wegwerfen, Digga. Das ist ja auch noch die Frage, ob das Leute sind, die wirklich professionell irgendwie CS spielen oder so und hin und wieder mal so ein Päckchen aufmachen oder sowas oder sich so ein Skin holen und die dann wirklich damit auch zocken einfach. Also das gab es ja damals schon bei Team Fortress. Das habe ich damals viel gespielt und da wurde auch immer rumgehandelt. Und eigentlich ging es um das Game, aber diese Scheißhüte, ne? Die wurden ja irgendwie... Oder die goldene Falle. ...ohne Ende. Und es gab Leute, die haben wirklich nur gehandelt. Es sind Leute, die sind in die Server gegangen, die waren AFK, die haben nur den Chat benutzt, um Leute zu fragen, ob die irgendwie handeln wollen und es gab irgendwelche Seiten dafür und sowas und man dachte einfach, Alter, ich will das Spiel spielen. Ich finde es natürlich auch witzig, wenn mein Charakter irgendwie mal anders aussieht oder sowas. Aber Leute, die das Spiel gar nicht mehr zocken, die nur noch handeln, es ist halt irgendwie komisch einfach. Ja, also gut, ich kann das Handeln mit Ingame-Currency zum Beispiel verstehen, ne? Bei W.O.W. gibt es ja auch eine eigene Art zu spielen, das sind die Goldfarmen. Die sich dann in Streams gegenseitig erzählen, was hier der neueste Shuffle ist und so. Ich habe mir eine Zeit lang, ich gucke mir das gerne an, ich bin scheiße pleite in W.O.W., ne? Ich spiele halt wirklich, um zu raiden und sowas, ne? Aber da gibt es halt auch Leute, die halt einfach so ein bisschen rumhandeln und das so als Börsensimulation sehen, ohne halt was riskieren zu müssen. Kann ich durchaus nachvollziehen, aber dieses Echtgeld gehandelt, das geht halt gar nicht. Das müsste auch strenger reguliert werden. Aber es ist dann auch wieder schwer, weil dann ziehen die halt alle nach Malaysia oder wo auch immer hin, ne? Oder Virgin Islands, glaube ich, ist so ein ganz krasses Ding, der British Virgin Islands, wie das heißt, ne? Und dann sitzen da zwei Millionen Firmen in einem Turm, ne? Weil niemand wirklich vor Ort ist. Keine Ahnung, da müssen wir doch international sagen, alle hier, Insel, krieg deinen Scheiß in der Kontrolle. Finde ich irgendwie auch komisch, dass man das durch das Internet, müssen wir hier auch Dinge ausbaden, wo andere Länder sich dann halt dran bereichern, ne? Indem die halt irgendwelchen Firmen halt einfach entgegenkommen und sagen, hier, ey, guck mal, bei uns ist doch eh alles scheißegal. Unsere Bevölkerung kriegt das eh nicht mit. Ja, bei der EU beispielsweise, man muss sich jetzt aus Firmensicht nicht wundern, dass die alle nach irgendwie Irland oder Zypern oder Malta oder sowas gehen, wenn die sagen, wir machen hier unseren EU-Standpunkt, dann müsste halt die EU sagen, so, wir machen jetzt halbwegs einheitliche Bedingungen für alle. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wenn man irgendwie, also den Firmen oder den Leuten einen Vorwurf draus macht und sagt, ach, jetzt seid ihr in Irland, das war ja klar, das ist halt, sollte man sich vielleicht über die Leute beschweren, die die Regeln gemacht haben, als die Leute, die das halt nutzen, ne? Weil ja, das kann jeder so machen. Das Problem an jeder Regel ist, dass du halt auch noch bedenken musst, wie sie ausgenutzt wird. Und auch bei Thema Lohn, wenn dann einfach Leute sagen, Reiche enteignen, mehr steuern. So, ey, das Problem ist halt, die Putzfrau kann nicht nach Irland gehen und von da aus hier putzen. Der Reiche kann es schon im Prinzip. Und dann landet die Steuerlast doch wieder beim kleinen Mann. Ja, aber machen das denn alle? Also es gibt ja jetzt schon so Steueroasen und es gibt ja trotzdem noch Milliardäre in Deutschland, die hier sind oder die hier Firmen haben. Und es kann ja auch, so eine Tech-Firma kann vielleicht abhauen, aber wenn du hier irgendwelche Werke hast oder so, es werden ja auch jetzt schon irgendwie Werke geschlossen, um die nach Rumänien zu versetzen und so weiter. Ja, ja. Also allgemein... Aber da müssen wir halt irgendwelche EU-Regelungen für finden. Andere Sachen kommen ja wieder hierher jetzt. So die Halbleiter von, ich glaube Taiwan war es oder der Jet-Chip-Hersteller, der jetzt in Dresden oder so ein Halbleiterwerk aufmacht. Aber man nimmt denen ja auch nicht komplett alles weg. Also Enteignung heißt ja auch nicht, dass man den jetzt auf Null setzt und einfach alles nimmt oder so. Und es wird ja auch jetzt schon relativ oft enteignet, wenn man da irgendwie Kohle unter einem Dorf gefunden hat oder irgendwo eine Autobahn langbauen will oder so. Da werden ja jetzt auch schon auch von der CDU und so wurden ja regelmäßig schon Leute enteignet. So Lützerath und sowas, dass man denen dann irgendwie sagt, so wir wollen jetzt hier... Enteignung heißt ja meistens nur abkaufen, ne? Wir zwingen... Ja, also Enteignung ist, man zwingt die quasi zum Verkauf. Man sagt, wir wollen da jetzt hin, du kannst ja was Neues suchen, du kriegst irgendwie was Gleichwertiges oder sogar Höherwertiges im Tausch angeboten. Aber wir wollen jetzt hier durch. Das fand ich bei Berlin auch so weird, dass man da gesagt hat, hier Deutsche wurden Co. enteignen. Hätte man für das Geld nicht wahrscheinlich sogar ein neues Stadtviertel bauen können? Weiß nicht, also... Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, dann einfach... Weil am Ende, wenn du die enteignet hast, hast du genau null neue Wohnungen da, ne? Ja, aber du kannst die vielleicht... Kannst du manche günstiger machen. Ja, aber ist das wert? Also da... Vielleicht gehe ich jetzt hier full FDP, aber würden die nicht auch billiger werden, wenn es einfach mehr Wohnungen gibt und dann zwingen wir die dazu quasi mit Überschuss? Naja, manche werden... Manche stehen ja wohl wirklich leer und damit wird spekuliert und sowas. Ja, das... Gut, das Ding ist, wenn du denen dann... Auch da, die würden es wieder ausnutzen. Wenn du jetzt sagst, ey, ihr müsst die vermieten, dann schreiben die halt ihren besten Kumpel da alle auf der Liste, ne? Und dann... Am Ende leben ganz viele Strohmänner überall. Das ist halt das Problem, dass die Leute halt so... Auch wieder das mit der Freiheit, dass die Leute einfach komplett frei drehen teilweise, ne? Aber kannst du da denn... Also du kannst ja auch sagen, die Leute kriegen nicht unbedingt zwei Wohnsitze oder drei oder vier oder so, dass du dann irgendwann sagst, warum hast du eigentlich fünf Wohnsitze? Was soll das? Wofür brauchst du die? Oder so. Während andere Leute vielleicht auf der Straße sitzen und gar nichts haben, haben andere irgendwie mehrere Häuser und manche stehen einfach leer und da ist keiner. Aber man kann auch andere Regelungen zum Beispiel ändern. Was ich im privaten Umfeld zum Beispiel habe, kennst du die Regelung Eheähnliche Gemeinschaft? Nee. Das ist so eine steuerliche Regelung, wenn du mit wem zusammen bist und einer verdient Geld und einer nicht. Dann kannst du ja eigentlich sagen, der eine, der nichts verdient, der kann jetzt Arbeitslosengeld beantragen und Wohngeld und sowas. Aber dann sollst du deine Wohnsituation erklären. Und wenn diese zwei Leute jeder eine eigene Wohnung hätten, dann sagt man zum Beispiel, einer von beiden, der nichts hat, der kriegt seine Wohnung dann vom Amt bezahlt. Ich habe so einen über mir wohnen. Was? Ich habe so einen über mir wohnen. Ich kannte das Wort nicht, aber das habe ich schon öfter mitbekommen. Als ich in Trier gewohnt habe, hatten wir auch ein Mädel da, die hat dasselbe, die hatte auch in der WG ein Zimmer, hat aber immer bei ihrem, die habe ich in sechs Monaten nicht einmal gesehen. Ich habe einfach immer nur mehr Papier unter ihrem Scheiß durchgeschoben. Wenn du halt zusammen wohnst und du sagst, sorry, ich bin jetzt gerade arbeitslos, ich habe nichts, ich hätte gern hier Wohngeld oder so, dann sagen die, wo wohnst denn du? Und die sagen, da wohnt ja noch jemand, seid ihr eigentlich zusammen? Und wenn du sagst, nee, nee, wir sind nur WG, dann kommen die wohl auch teilweise in die Wohnung, um zu gucken, ob das irgendwie nach WG aussieht und getrennte Zimmer und so. Und wenn aber, wenn zwei Leute zusammen sind, dann sagt man denen, nee, das ist eine eheähnliche Gemeinschaft, und dann soll der, der was kriegt, der soll dann halt abgeben und der kann dann, der kann dann offenlegen, dass es vielleicht doch nicht ganz passt oder sowas. War der dann wenigstens hier, wann ist es, Stufe 3 oder so? Es gibt da hier, die Steuerklasse wurde als Ehepartner besser verdient. Nee, nee, das geht nicht. Natürlich nicht, natürlich nicht. Wo kommen wir denn dahin? Du schreibst da trotzdem ledig rein und sagst, na ja, offiziell sind wir ja nicht verheiratet. Also man sagt den Leuten quasi so, ihr könnt jetzt entweder heiraten oder er kriegt die Nachteile. Oder er zieht irgendwie um oder sowas. Das sind ja quasi die Alternativen. Und wenn man dann aber sagen würde, ja, die wohnen zusammen, aber der, der nix hat zum Beispiel, der sagt, ich ziehe um, ich ziehe da aus, jetzt kann ich mir nicht mehr leisten, ich nehme irgendwo eine kleine Wohnung oder so, dann würde der Staat quasi eine zusätzliche kleine Wohnung bezahlen, ob die da sind oder nicht. Und es ist eigentlich total dumm, weil du hast halt zwei Wohnungen und die dann eine irgendwie, wo kaum einer drin ist, die wird blockiert, die wird vielleicht noch irgendwie hin und wieder mal, also generell zwei Haushalte zu haben, ist ja teurer als einen großen, weil, ne, sie werden irgendwie separat geheizt und separate Geräte, die wir in beiden haben. Wenn der nie da ist, wird das wohl nicht geheizt. Ja, dann nicht. Aber meinst du, um das Arbeitsamt zu ärgern, dreht der noch alle Heizungen auf fünf und kommt dann zwei Wochen später wieder. Aber das ist halt so dumm, dass das Amt sagt irgendwie, wir geben dir eine kleine Einzimmerwohnung irgendwo, statt dass wir dir einfach einen Teil dazu geben, dass du halt mit deinem Partner zusammenbleibst und der kann dir vielleicht auch mal bei irgendwas helfen oder sowas. Ja, keine Ahnung, dass man einfach sagt, hier, du kriegst 70 Prozent von dem, was dir zusteht, an Wohngeld. Ja, irgendwie sowas, ne? Also, da hätten die ja sogar weniger, aber die würden dir eher halt irgendwie eine Wohnung bezahlen, wo du irgendwie keinen Bock drauf hast, als dir bei der, wo du schon drin bist, einen Teil dazuzugeben, wenn du in so einer Verbindung bist. Das sind, finde ich, Sachen, die eigentlich überarbeitet gehören. Ja, das Problem ist da, dass sich keiner verantwortlich fühlen würde. Das hat man in vielen großen Firmen, dass wenn die Firmen eine gewisse Größe erreichen, dass du diese Mittelleude hast, die halt, also theoretisch sind es Vorarbeiter, aber in Wirklichkeit haben die auch nur einen Scheiß zu melden und sagen, spielen so stille Post, ne? So, du sagst denen was, damit die es jemandem sagen, wer Ahnung davon hat oder was zu entscheiden hat und umgekehrt, ne? Und die sind halt nur da, um sinnvolle Dinge zu dirigieren, aber da trifft dann auch nie einer eine Entscheidung, ne? Ich sage, ich kenne einen Betrieb, da ist es so ähnlich, ne? Ich finde halt generell schade, dass man so bei Bereichen kommt, geht man irgendwie direkt drauf, dass man sagt, ah nee, wenn wir die enteignen oder höher besteuern, die hauen jeden Moment ab. Also glaube ich erstens nicht, weil die selber ja auch irgendwie hier Familie haben und Freunde und ihr Heimatort und alles und vielleicht haben sie ihre Firma sogar hier, das wäre mit einer Menge Stress verbunden auszuwandern, das muss sich dann schon wirklich lohnen, ne? Das heißt, wenn du jetzt nicht sagst, wir machen eine Reichensteuer von 100% und nehmen denen alles weg, sondern nur höher, einigen wäre das das doch wert und außerdem, du kannst ja nicht an jedem Teil alles weitermachen, du kannst ja nicht einfach mit deiner Firma sagen, so wir gehen jetzt in die Türkei und dann erwarten, dass da gleich gut ausgebildete Arbeiter plötzlich... Jetzt gehen wir in eine sehr rassistische Richtung, okay? Was? Das wird mir ein bisschen zu rassistisch gerade. Naja, du weißt doch... Ja, ja, das denke ich mir aber auch immer... Dein Chef, der profitiert ja davon, dass du 20 Jahre zur Schule gegangen bist, Kindergarten hattest, dass du irgendwie... Neun. Ja, gut. Ich meine insgesamt halt, wenn du anfängst, dann... Du bist ja ein paar Jahre zur Schule gegangen, du hast vorher Kindergarten, du hast irgendwie, weiß ich nicht, vorher vielleicht sogar irgendwie so eine Krabbelgruppe oder irgendwas warst du und du bist in einem Umfeld aufgewachsen, wo du irgendwie Infrastruktur hast, wo du in eine Bibliothek oder ins Kino oder Museum oder irgendwas gehen kannst und sowas. Also du hast... Du hast ganz viele Arbeiter, die sind ja auf Steuerkosten quasi vorbereitet worden und die nimmt man dann einfach und da, finde ich, kann man dann auch was zurückgeben, oder? Dann werden die streamen und gehen ins Ausland, Alter. Kompleter Hasskick, Alter. Naja, das denke ich auch, ich glaube, ein Hauptverkaufspunkt für Standorte in Deutschland ist die Bildung, wäre die Bildung, aber das ist ja auch... Ich habe das Gefühl, es entwickelt sich in keine gute Richtung, vor allem der Mittelstand oder beziehungsweise so die obere Arbeiterklasse, die geht ja komplett verloren, weil man... Eigentlich studiert ja jetzt jeder. Ich glaube, wir haben über 51% Abitur schon oder so. Das ist eine ganz ungrenzige Entwicklung. Es ist ja auch nicht so attraktiv. Also wenn du jetzt sagst, ich habe Bock, irgendwie ein Handwerker oder ein Kindergärtner zu sein, dann weißt du halt einfach, du wirst nicht viel Code dafür bekommen. Du wirst eventuell, wenn es zum Beispiel Handwerk ist, wirst du vielleicht auch wegrationalisiert, weil man sagt, wir haben jetzt irgendeine Maschine, die das macht. Ja, das ist nicht Handwerk aus Industrie. Ja, gut, aber wenn du irgendeinen Job machst, wo du denkst, in ein paar Jahren gibt es den vielleicht gar nicht mehr, weil da... Ja, aber Handwerk ist doch so ein Dachdecker, Schreiner und sowas. Die werden hier noch ewig sein. Ja, gut, aber da kannst du ja auch irgendwelche Rumänen holen oder so. Ja, das ist eine ernsthafte Bedrohung fürs Handwerk. Dieser Rum... Nee, Spaß. Ist ja jetzt schon so. Ich hatte auch letztens, hat Kasper in einem Stream gesagt, so, wenn du wissen willst, wer in Deutschland arbeitet, guck mal morgens am Bahnhof, wer da so rumläuft, zur Rushhour. Da hab ich ihm gesagt, Digga, kannst du so die sehen? Weil, zum Beispiel, diese ganzen Rumänen-Trupps und so, die kommen ja alle im Sprinter an, ne? Ey, ein Kollege von mir hat letztens einen Autounfall in Polen gehabt. Sein Vater hat ein Auto zu Talschaden gefahren, da mussten die zurückkommen. Da haben die ein Unternehmen gefunden, das sprinterweise Polen nach Deutschland fährt, von Polen bis zu deiner Haustür 100 Euro nur. Digga, das ist so weird. Das waren jetzt halt drei Touristen, die halt einfach kein Auto mehr hatten. Die haben gesagt, Sprinterweise kommen die Leute da, dann fahren die quasi so zu festen Standpunkten und von da aus dann wie so ein Netz nach außen. Du hast so Standpunkte, wo du dann auch umsteigen musst. Da ist dann so ein Autobahnparkplatz, da kommen auf einmal 200 Sprinter an, voller Leute, dann werden die umgewürfelt in andere Sprinter und dann geht es weiter. Am Ende steigst du zweimal aus und um und bist dann einfach zu Hause. Also es ist dieser Arbeitstourismus da, der ist schon Ja, wie Erwin sagen würde, Kapitalismus. Wenn du dich mal reinversetzt in einen Chef, dem relativ egal ist, wer das macht, solange der Job am Ende gemacht ist, dann willst du natürlich den billigsten Arbeiter haben, den du kriegen kannst. Wenn du denkst, du willst irgendwie da ein Haus hinbauen lassen oder so und der Pole baut genauso ein gutes Haus wie der Deutsche, aber der will die Hälfte an Geld dafür haben oder auf dem Büchsefeld irgendwas rauspflücken oder sowas. Natürlich nimmst du dann nur die, wenn du die Möglichkeit hast, dann machst du das, oder? In dem Szenario sind aber auch beide zur Verfügung. Also es ist auch, glaube ich, ich glaube jetzt nicht, ich denke nicht, dass jeder Pole in einem Deutschen einen Job klaut. Hast du dich gewundert, dass bei Tönnies in einer Pandemie, dass da irgendwie zig Rumänen rübergefahren wurden und in irgendwelchen kleinen Unterkunften gepennt haben und dass die da das ganze Fleisch verarbeitet haben und alle krank geworden sind? Nee, aber hauptsächlich, weil ich das nicht mitbekommen habe. Okay. Außerdem hat mich Tönnies mit ihrer Gaskammer in Rederbrück oder wo komplett traumatisiert. Seitdem versuche ich da nichts mehr zuzugoogeln. Hm. Ja. Also das ist ja auch in Italien mit dieser Meloni ist das ja auch so passiert. Die hat groß Wahlkampf gemacht mit, wenn ihr mich wählt, dann schmeiße ich die Ausländer alle raus und dann wurde sie gewählt und hat gesagt, na gut, ich mache die Sozialsysteme kleiner und hole irgendwie, hol irgendwelche Leute rein und ihr dürft dann konkurrieren mit denen und dann sagt man hier, der macht's für drei Euro die Stunde machen, kannst ja günstiger machen. Ja, das... Dann kannst ja konkurrieren mit dem. Das ist auch ein bisschen frech. Du kannst halt auch, dann, was, wo ich dann aber wirklich AIDS über ein Arschloch kriege, ist, wenn dann irgendwelche Leute kommen und sowas sagen wie, ähm, ja, dein Job scheint ja nicht so wichtig zu sein, wenn du ein Ausländer machen kannst oder sowas, ne? Es kommt ja auch dann oft so dieses, oh ja... Vielleicht ist es schwierig oder so, dass du keine große Ausbildung brauchst, ne? Ja, teilweise aber auch, wenn du zum Beispiel, wenn du jetzt, du bist einfach Metallbauer, ne? Und du bist in deinem Job gut, aber halt nicht, du bist halt körperlich immer noch nur ein Typ, ne? Und dann sagt man dir so, ja, du musst aber mit quasi zwei konkurrieren, haha, die zwei sind, oder der eine, ich kriege von drei von euch, kriege ich halt fünf von den anderen, ne? So, wie wollt... Fuck mich halt übrigens ab, ne? Ist auch ein bisschen klassistisch, glaube ich, aber es kommt halt auch immer so von dieser intellektuellen Linken, die dann, das ist ja so ein klassischer Konter, sag ich mal, auf den Vorwurf, die Ausländer holen unsere Arbeit weg, dann einfach zu sagen, haha, du bist dumm und ungebildet, ja, okay. Ja, aber die kommen ja nicht einfach und nehmen die, sondern da gibt es ja dann auch noch irgendwelche Chefs, die da auf das Angebot reingehen und die extra holen und sagen, äh, extra holen, ich bin meine Wagenladung von denen oder sowas. Extra holen, ja, weiß ich jetzt nicht, nicht in allen Punkten, ne, so oft nimmt man einfach das, was zur Verfügung steht und da halt das Billigste. Anders geht schon fast in der Richtung großer Austausch, sozusagen, die holen die aktiv hierher. Ja, aber nicht die Politiker oder so unbedingt, sondern halt die Chefs, die wollen möglichst günstig ihr Zeug produzieren, oder? Ja, klar, klar. Aber ich glaube auch, also im Bausektor ist es eher so momentan, dass, wenn es die Polen und die Rumänen und der Ostblock nicht macht, macht es halt einfach keiner. Ja, oder halt irgendein Roboter in Zukunft, aber das zeigt ja, dass es nicht falsch verteilt ist. also wir haben ja auch, wir haben ja auch ein Problem damit, dass man so daran festhält, dass man sagt, wir machen 40 Stunden Woche und, und ja, man sagt irgendwie, wer hat. Was? Ich habe 37,5. Aber du hast gar nicht genug, du hast gar nicht genug Plätze für alle, wenn man das so macht. Also man, man sagt ja zum Beispiel bei irgendwelchen Leuten, die gar nichts machen, sagt man, der ist halt faul, der liegt nur rum oder sowas. Aber es gibt ja deutlich mehr Arbeitslose, als es freie Stellen gibt. Also du kannst ja gar nicht auf den Punkt kommen, dass du denen allen was zuweist. Also einerseits sind die vielleicht gar nicht ausgebildet für bestimmte Ausschreibungen, die können ja nicht alles. Du kannst ja nicht... Aber auch, wir könnten allen Arbeitslosen erst einmal BWL beibringen, weil dann kannst du die quasi überall einsetzen. Ja, ja. Und dann kannst du dir so Quatsch-Jobs machen lassen. Du sagst einfach, jeder Betrieb, der kriegt noch ein mittleres Management rein und da steht dann halt irgendwie ein Betrieb und verhältliche Aufgaben. Okay. Aber an sich, wenn du denkst, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber es sind immer so vier Millionen Arbeitslose oder so, ne? Vier oder fünf Millionen. Also erstens, man darf da ähnlich nach Arbeitslosen gucken, weil das irrelevant ist. Weil die Leute in Maßnahmen stecken und sagen, haha, der... Also das ist ja auch Bullshit. Also wie viel bringen diese Maßnahmen denn wirklich? Also ich sag mal so, ich hab dadurch diese Maßnahmen einen sehr schnellen Job gefunden, weil die mich so zum Tode provoziert haben, dass ich gesagt habe, ich will hier raus, ich nehme doch wieder Leiharbeit an. Ich bin einmal zum Arbeitsamt gegangen, das war 2018 und hab den, war gerade auch aus der Leiharbeit raus, hab den gesagt, Gude, hier, ich bin's, der Herr Volker. Sag ich so, oh ja, Herr Volker, Leute mit ihrer Ausbildung, die werden gesucht, sie können sich's quasi aussuchen. Ich sag so, alles klar, dann bin ich jetzt so frech und nehme mal keine Leiharbeit an, ne? Alles klar. Irgendwie drei Wochen nichts gefunden, dann haben sie mich in eine Maßnahme gesteckt und dann saß ich neben so einem Hurensohn, der den ganzen Tag Casino gespielt hat, in dieser scheiß Maßnahme. Vorne haben sie dann so einen jungen Studenten hingesetzt, der sollte uns Englisch beibringen und hat dann ständig darüber geredet, wie schön das Leben in Frankreich und Spanien ist und aber die deutsche Vita ihn so nervt. Ich hab gesagt, komm, da geht mir alle nicht auf den Sack, ich nehme wieder Leiharbeit an. Ach, und ganz wichtig, das ist ja auch nur so eine Schikane eigentlich, dass du den Leuten irgendwie so einen unangenehmen Scheiß aufdrückst, die produzieren da ja nichts Sinnvolles, sondern die sitzen da rum und werden genervt, damit man... die sind in Teilen sinnvoll, ne? Ich hab am ersten Tag eine Bewerbung verfasst mit dieser Betreuerin da, also der Chefin quasi, die nimmt alle Bewerbungen einmal ab und es war so eine richtig rustikale alte Hausfrau, die war richtig abgefuckt drauf, die hat meine Werbung gesehen und hat gesagt, Junge, Junge, hast du einen Hauptschulabschluss? Das ist richtig so offensiv gegen mich, ich dachte mir so, okay, dann macht die sechs, sieben Rechtsklick, das Ding sieht super aus auf einmal, ne? Du merkst, die ballert so 5000 Bewerbungen irgendwie die Stunde durch. Na, wenn du diese Bewerbung einmal hast, ab dann ist die Maßnahme quasi nutzlos, ne? Aber die stecken da ja auch 65-Jährige oder sowas rein, die hatten eine Frau vor mir sitzen, die war 65, die war Pflegerin, so, die war wirklich kurz vor dem Level, quasi die Seiten zu wechseln, aber die haben da halt vor dem Arbeitsamt gesagt, geh zu der Maßnahme, die bei der Maßnahme hat der ja gesagt, Digga, du wirst nie wieder einen Job finden, das ist dir klar, das ist mir klar, du kommst ja einmal die Unterschrift abholen und gut ist, ne? Und wenn du was lernen willst, kannst du auch zum Englischkurs kommen. Dann hat die am Ende gesagt, ja, ich würde gerne lernen, wie man mit Computers umgeht, ja, komm hierhin, mach das. Dann hat die im Windows Word halt so eine Einladung für ihre Freundin geschrieben, Montag gibt's Kaffee und Kuchen und hat jeden Scheiß mit Rechtsklick bearbeitet, immer so, weißt du, alles so ein bisschen geändert, so ein Bildchen rein, das sah aus wie ein scheiß Drohbrief am Ende, jeder Buchstabe aus der anderen Zeitung geschnitzelt, ne? Am Ende kriegt die Maßnahme Geld dafür, dass die 65-Jährige da war, ne? Ja. Du, alle, wir alle wissen, dass die nie wieder einen Job findet. Wer soll eine 65-Jährige Pflegerin einstellen? Ja, also, das ist auch was, Gysi hat das immer gesagt, was das Rentenalter angeht. Du kannst nicht... Ah, das habe ich letztens gesehen, wo der das, muss ich meinen Kollegen erklären, ne? Ne, ne, er meinte halt, du kannst halt manche Jobs kannst du auch mit 70 noch machen und manche nicht. Also, wenn du jetzt gerade mal Biden und Trump anguckst, die sind beide 80. Ja, der eine ist Präsident, der andere war's, der will's jetzt nochmal werden, also, irgendwie an einem Rednerpult stehen und was erzählen, gut, der labert dann halt auch öfter mal in Quatsch und schläft ein dabei oder so, aber, ne, irgendwie so ein Laberjob oder so, so ein Büroding. Aber repräsentativer war Trump schon, ne? Noch? Aber, hm? Repräsentativer war Trump schon. Wie, wie meinst du? Beiden finde ich schon sehr merkwürdig, Senil. Ja, aber ey, das sind halt beides alte Knacker und irgendwie alle Kandidaten sind im Rentenalter und das scheint noch irgendwie zu gehen, aber du kannst, glaube ich, mit 65 kannst du kein Dach mehr decken. Nee. Ein paar Leute können das vielleicht noch, aber. Ich hab 100% dieser Rede auch letztens, ich geh wieder auf Twitter rum, wo Gisi das gesagt hat. Ja, ja, kann sein. Ja, weil, geht halt nicht alles und das ist halt albern, dann zu sagen, wir machen für alle, machen wir ein Renteneintrittsalter und wer das irgendwie nicht ganz schafft, der kriegt dann weniger oder so. Also man kann ja überlegen, macht man das jetzt so, dass man sagt, der Mensch ist erst was wert, wenn er irgendwie was erwirtschaftet hat und davon dann klarkommt oder sagt man irgendwie, der Mensch sollte an sich schon irgendwie die Grundbedürfnisse gedeckt kriegen und wir haben jetzt hier, glaube ich, irgendwie 20 bis 25% Armut oder sowas. Da gibt es ja so Zahlen, wo man sagt, ab wie viel Kohle du als arm giltst oder man kann ja noch umrechnen, wie viel man sich davon jeweils holen kann, aber das sind irgendwie ein Viertel oder ein Fünftel der Leute, also 20% auch bei Kindern schon, die können ja wirklich überhaupt nichts dafür. Die haben sich das ja nicht ausgesucht, in welche Familie die kommen und das sind ja Leute, die machen was. Also du hast ja nicht irgendwie 20% Arbeitslose oder so, sondern die sind halt in irgendeinem Mindestlohn-Scheiß oder so, die kriegen halt nicht genug. Bei Kindern muss ich auch sagen, bei Kindern liegt es auch ein Stück, glaube ich, daran, wer kriegt Kinder. Ich glaube, Reich hat im Durchschnitt, ich habe noch nie von einem Reich gehört, der sechs Kinder hat zum Beispiel. Ja, weil die halt meistens irgendwie Karriere machen und dann abwägen und sagen, na kann ich mir das nicht leisten und wenn ich jetzt ein Kind kriege, dann wird es mit der Karriere doch nichts, weil da muss ich mich immer um den kümmern. Ja genau, aber wenn am Ende die ärmsten 10%, einfach 30% der Kinder kriegen, einfach mal, dann hast du halt schon, Armut vermehrt sich dann halt schon mal über den Weg. Ja, aber kannst du halt auch fragen, wieso das so ist. Also anscheinend, scheint man den, den Reicheren oder Erfolgreichen, ja das irgendwie so zu präsentieren, dass es halt Kind oder Karriere gibt. Also mindestens Ja, aber für Arme spielt halt auch eine Rolle, dass Kinder ein Stück weit eine Altersabsicherung sind. Ja, in Deutschland ja nicht unbedingt. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja gut, die können dich mal besuchen kommen und sich mal um dich kümmern oder so, aber also, dass die Geld vorbeibringen, das kannst du ja hier auch so, aber wenn du das kämpfen willst, dann Nee, ich glaube jetzt nicht an Alterssicherung durch Geld, sondern auch eher, dass irgendwer sich kümmert, ne, um dich. Ja, aber die meisten Leute, die irgendwie Karriere machen wollen, die denken halt, das passt nicht in den Zeitplan. Du kannst nicht sechs Kinder haben und nebenbei Also außer du bist der Mann in der Beziehung. 47 Stunden arbeiten oder so und vielleicht dann noch eine Freundin haben, die das auch macht. Wo soll das Kind denn dann hin, ne? Nee, nee, also gerade für Frauen, die müssen, ist das ja schon, also die, diese, die sind ja dann für mehr als ein Jahr gut ausgesetzt, ne, ein bisschen hier ab sechs Monaten Schwangerschaft oder so, plus dann halt auch noch das Kind großziehen, so weit, dass man es in den Kindergarten abschieben kann. Ja, also Geld ist da schon ein Faktor, dass du den Leuten quasi zeigst, so, du musst dann dir eigentlich einen anderen Job suchen oder halbtags oder irgendwie sowas, ne? Ist halt komisch, dass theoretisch die keine, die, die es leisten können, kriegen weniger Kinder und die, die es sich vielleicht nicht leisten können, kriegen sie. Ja, weil die Angst haben, dass sie, wenn sie das kriegen, dass sie es sich dann nicht mehr leisten können, vielleicht, ne? Du hast ja trotzdem eine ganze Zeit Angst vorm Abstieg oder sowas. Das ist ja für voll viele Leute ist das ja eine richtig schlimme Erfahrung, wenn sie irgendwie den Job verlieren, weniger Kohle machen, irgendwie sowas, ne? Ja, ist auch nicht. Also allgemein, ich habe da ja, ich nenne das die Beschleunigungstheorie, ne? Dass du, Glück ist wie Beschleunigung, du empfindest es ja eh nur, wenn es vorwärts geht, ne? Also quasi durchgehen, 1500 Euro verdienen, selbst wenn durch Inflation, sagen wir, wir hätten jetzt Deflation und dein Geld wäre zwei Prozent mehr pro Jahr wert, ne? Bin mir ziemlich sicher, du würdest ständig unglücklich, du würdest mit jedem Jahr unglücklicher werden, dass du immer noch nur 1500 verdienst. Ja, oder wenn es sogar weniger wird oder so, ne? Ja, da ist ja mal ein ganz anderes Schema, dann verlierst du ja wirklich was. Das ist der gleiche Scheiß. Ey, wenn du immer in dieses Dashboard gehst, dann siehst du ja immer, dein Video war so und so viel von und du siehst, wie viel hast du diesen Monat gekriegt, da kannst du es ja direkt immer angucken und wenn du dann ein paar Monate hast, die richtig gut laufen, und dann geht es wieder zurück, ne? Dann denkst du, oh fuck, ist jetzt vorbei und geht es jetzt runter und dann sagt es irgendwie, dein Video wird nicht so oft angeguckt, das ist von den letzten 10 Uploads, das ist Platz 10 oder sowas, aber das vergleicht ja mit dem, was du direkt davor gehabt hast. Ja, sowas gucke ich mir gar nicht an, ganz ehrlich, da will ich mich auch nicht demutieren, das wie wiegen, gibt es keinen Grund für. Aber das haben wirklich alle, glaube ich, also alle, die ich kenne, die irgendwas mit YouTube machen, du hast dann irgendwie deine fünfstelligen oder sechsstelligen Abo-Zahlen oder sowas. Bei Twitch, habe ich das bei YouTube nicht, bei Twitch nervt mich das auch. Aber da, ich gucke auch keine Statistiken, sondern, aber du hast ja aus dem Kopf, bei Twitch hast du vielleicht jeden Stream 100 Zuschauer und irgendwann hast du noch 70 und eigentlich könntest du denken, 70 ist immer noch gut, aber stattdessen denkst du, wo sind die anderen 30 hin, was habe ich falsch gemacht? Also bei Twitch merke ich das krasser, bei YouTube ist es mir wirklich scheißegal. YouTube mache ich wirklich gefühlt nur noch dafür, um auf Arbeit Kommentare lesen zu können. Alle meine Videos sind eigentlich gelb, das hier wird auch wieder gelb, ich schalte auf die, ich schalte auch gar keine Monetarisierung teilweise mehr, weil ich mir denke so, ey, ich habe jetzt keinen Bock, diesen Upload drei, vier Tage zurückzuhalten, nur damit mir da nirgendwo ein Huren so und sagen kann, so ja, ist demonetarisiert, Digga, ja, ist okay. Ich glaube, nämlich allgemein, bei YouTube ist es eh so, das ist eh nur so ein Bot oder so wahrscheinlich, da steht ja manuelle Überprüfung, ich glaube, da sind ja trotzdem irgendwelche AIs oder so. Die haben den Bot Manuel genannt und meinen, das ist ja, das ist wieder irgend so ein Schlupfloch im rechten System. Keine Ahnung, die AI Manuel, ne? Ich glaube, es ist auf YouTube eh so, dass ab einem gewissen Maß, also du, es wird irgendein Mensch dahinter sein und der markiert dann deinen scheiß Channel, als, der hier ist potenziell mal schwierig, Leute, machen wir einfach mal aus Prinzip die Monetarisierung aus. Ich lade ja meine, hier, Draches KW, lade ich ja einmal bei mir und einmal bei Uti. Ja, der heißt übrigens Uti. Ich habe letztens in einem Video gesehen, du hast nachgefragt oder warst gestern im Stream sogar, wo du gefragt hast, wie man Uti von Stillreich. Okay. Ja, aber alles eigentlich. Also du hast ein bisschen direkt, also heißt du Stillreich oder Stillreich? Du, du Striche. Reich. Okay. Der heißt doch eigentlich Stillreich, weil der immer noch für das Dritte Reich ist. Wunderbar. Ist er? Ja, safe. Aber ist der nicht, hat der nicht irgendwas? Der ist Albedo. Ja, der wird doch im Reich, wird der doch gekillt dann, oder nicht? Das muss ja keinen logischen Grund dafür geben. Wir laden abwechselnd bei ihm bei mir hoch, ich benehme mich jetzt bei ihm nicht anders als bei mir logischerweise. Der kriegt bei ihm jedes Video monetarisiert, bei mir kein einziges. Also ich bin mir zu 100% sicher, das ist wie eine Art Shadowban, was die auf deinen Kanal auflegen und dann sagen, hier, für dich keine K.O. mehr. Aber... Ja, ich hab das bei mir auch manchmal, dass du manchmal, es geht es gelb und alles ist irgendwie Problem und manchmal lädst du irgendwas Krasses hoch und denkst du, never geht das durch und dann einfach alle grünen die ganze Zeit. Es ist, es wirkt total willkürlich einfach. Ob bei mir mal wieder bessere Zeiten da kommen, weiß ich nicht. Momentan, also auch, ich würde es nicht rausfinden, ich hab einfach keinen Bock mehr auf monetarisieren gehabt. Ich stresse mich einfach. Du hast ja auch was anderes, was herkommt, ne? Ja, dann nervt es mich auch einfach, das zu sehen, ja klar, ich hab natürlich den Luxus, arbeiten zu gehen. Ich kann mir das ja aussuchen, ne? Auf Twitch kommt ja auch ein bisschen was rum, das reicht mir halt, ne? Auf Twitch fällt mir das aber schon mehr auf, weil da hast du eine aktive Interaktion, ne? Am Ende klickst du immer noch nur eine random Zahl, ne? Keine Ahnung, hab ich kein Verhältnis zu, genauso wie liken. Also, ich hab ganz gutes Like-Dislike-Verhältnis, wenn ich drauf gucke, aber mir wird es auch ehrlich gesagt nicht auffallen, wenn ich ein Video hätte, wo 90% Dislikes sind. Juck mich. Ich gucke mir das auch selten an, also ist mir relativ egal. Also gibt ja, ihr habt ja zwei Kanäle und bei dem, wo die Videos geschnitten sind und so, da lese ich auch ein bisschen mehr Kommentare, aber mit der Zeit irgendwann, wenn man halt dann auch noch seinen Stream-Highlight-Kanal hat und man spammt da einfach jeden Scheiß rein, dann irgendwann guckt man noch weniger drauf und denkt, ja, ist jetzt irgendwas passiert. Whatever. Ja, also, gut, ich lese halt noch alle Kommentare, ne? wird wohl auch immer so bleiben. Aber ich sitze da noch manchmal auf Arbeck, hat nichts zu tun, ne? Dann hast du, dann gehst du halt auf YouTube und ballerst dir einfach ein paar Kommentare rein und schreib' mit den Leuten, ne? Ich bin da, ich schreibe ja eigentlich echt gerne mit Leuten, ne? Und obwohl ich, glaube ich, eine toxische Bubble im Prinzip habe, theoretisch gesehen, die Leute da immer sehr nett, ne? Liegt glaube ich nicht an der Bubble, wenn man Hass-Mails kriegt, hab ich gehört. Ja, kommt auch an, in welcher Position du in der Bubble bist, ne? Wenn du da, das fand ich ja letztens bei der Äqualist. Ja. Mir fällt auch ein, dass, es ist übelst erstmal asozial, sich als Frau der zu nennen, weil das ständig zu Problemen in der Sprache führt, weil du sagst du dann, der Äqualist, dort hat sie, oder, ne? Ja. Das ist mir auch aufgefallen, du ziehst komplett durch. Das ist, glaube ich, so beabsichtigt. aber du, ja, keine Ahnung, ich hab da noch immer, vielleicht bin ich da zu, ich will dann auch niemanden beleidigen, ne? Also ich will dann auch nicht sitzen und dann aus Versehen halt der Äqualist und dann noch mehr maskulin in den Satz reinpacken und denke mir dann so, oh, möchte sie so genannt werden? Aber sie macht das bei anderen auch, sie sagt auch, der Streamer Shoyoka oder sowas. Also ich glaube, sie macht generell einfach generisches Maskulinum oft. Okay, na dann, geh ich nächstes Mal auf full maskulin. Dann flexe ich noch den Bizeps an, wenn ich den Namen. Ich hab auch mal gefragt, sie meint, man kann beides machen. Aber du meinst jetzt mit ihrer toxischen Bubble, Dass sie diese Mails bekommen hat und dann gesagt wird, ja, tja, Pech gab es. Richtig frech, dass man behauptet, die würden aus der eigenen Bubble kommen. Also ich find's, im Nachhinein, hast du den Talken mit mir gesehen? Ich glaub noch nicht, ne? Ich find's ein bisschen schade, dass sie das, sie will das halt nicht raushängen lassen, glaub ich. Aber ich glaub, wenn sie der Reporterin gesagt hätte, warum ihr erster TikTok-Kanal gesperrt wurde und warum da die Drohungen kommen, dann hätte die vielleicht mal ein bisschen inne gehalten. Weil sie ist ja Jüdin, ne? Wusstest du das? Äh, ja. Ich hab zumindest ein Clip von deinem Talk gesehen, dass sie von Hans Entertainment in die Gaskämmer empfohlen wurde. Ja, ja, sie hat halt, sie hat am Anfang auf TikTok hat sie irgendwas über das Judentum erzählt und über jüdische Geschichte und hat da halt die ganze Zeit so beleidigende Nachrichten bekommen von wegen so, wir sollten euch jetzt wieder alle töten und so weiter. Ja, also ich glaube, wenn man das dem Y-Kollektiv gesagt hätte, dann hätten die wahrscheinlich nicht gesagt, ja, ist halt deine Bubble, sondern hätten die gesagt, oh, ihr Antisemitismus ist schon schlimm, ne? Ja, weiß ich. Ich glaub, bevor die das gesagt hätten, hätten sie sich einfach aus der Doku geschmissen und wen anders diffamiert. Vielleicht. Ja, also, ich denke, weil jetzt am Ende, wir wissen ja auch nicht, wurden nur drei Frauen interviewt, ne? Was ist, wenn die sechs Frauen interviewt haben und gesagt haben, mal gucken, wer man am schlechtesten darstellen lässt. Wir machen mal eine kleine Tierliste hier intern. Also, die haben ja auch wohl ein paar angefragt, die da keinen Bock drauf hatten. Also, ich glaube, die anderen, die sie da gezeigt haben, die haben sie auch gefragt und die wollten das nicht. Oder zumindest manche von denen. Ja, keine Ahnung, ist das, äh, die hat man ja jetzt auch in Interviews kennengelernt, so ne, also in ungeschnittenen Interviews. Auch wichtig, man muss ja auch bedenken, die alten Sachen, die man ihr teilweise vorwirft, da sagt sie jetzt selber, okay, ist ein paar Jahre her, würde ich heute anders machen. Ja, gilt es nicht, gilt es nicht. Und neuere Sachen, die nach der Doku passiert sind, also da kann man ja auch sagen, sie ist halt durch diese Doku und durch die Folgen davon einfach auch, äh, auch in so einer Paniksituation vielleicht, dass sie dann auch mal irgendwo ein Interview annimmt, was sie vielleicht sonst nicht unbedingt gemacht hätte, sondern man denkt so, ey, ich stehe hier jetzt alleine gegen alle, dann nimmt man vielleicht auch mal die Hand von irgendwem an, den man sonst eigentlich nicht so gerne mag oder so, ne. Ähm, hier was, äh, zu dem Thema Reiche und Arme beklauen. Ich schicke dir mal hier einen, äh, eine Grafik, die ist vor einer Weile rumgegangen, von Marcel Fratscher, das ist ja so ein bekannter Ökonom. Ne. Ja, Hartz IV-Betrug, ja, die habe ich gesehen. Ja, also man, man guckt da immer so dolle drauf und sagt, jemand hat was geklaut oder jemand macht Sozialbetrug oder, ne, jemand kriegt hier ein paar Euro oder man macht irgendwie eine Bonpflicht, weil man sagt, die kleinen Dönerbuden und Kioske, die rechnen vielleicht nicht alles exakt genau ab, die haben da vielleicht ein paar Euro irgendwie heimlich und das sind ja deine, deine Gelder oder so, aber dann siehst du das irgendwie so Scholz und Merz einfach sagen, oh ja, Kumex, weiß ich nicht mehr oder irgendwie. Bei Steuerhinterziehung wird ja auch zum Beispiel dann der, ähm, der Imbissboden, der vielleicht mal sagt, hier kommen, Zehner auf kletschen und, äh, ist gut, der wird ja auch eher in Steuerhinterziehung reinfahren als unter Hartz IV-Betrug. Ja, ja, klar, das auch, aber der fällt nicht so hart ins Gewicht, wie wenn jetzt, ähm, in Uli Hoeneß oder in dieser Schubeck oder so, ne, wie viel, wie viel die da, wie viel die sich da einstecken können. Ja, klar, aber also ich finde, die Grafik jetzt wird auch da gerne in der, ähm, Gesamtheit mal wissen, weil, also, keiner von uns wird einem Kfz-Hedler, der einmal, zweimal im Jahr, also es gibt, ich kenne viele Kfz-Hedler zum Beispiel, die kaufen sich eine Umwuchtmaschine, ne, und dann, dann unten, eine Hebebühne und dann sagen die, ey, hier, komm mit deinen Reifen vorbei, ich zieh sie dir auf, ne. Da machen die zweimal im Jahr dann, ähm, die Kohle mit, ne, denen wird aber keiner eine Rede halten. Mir ist das auch scheißegal, wenn du jetzt, also, wenn, wenn kleine Leute ein bisschen Steuern hinterziehen und die, weiß ich nicht, die haben vielleicht selber nicht so viel, denen würde ich das nicht so übel nehmen, wie so einem Uli Hoeneß, wo man denkt, Alter, der hat doch schon genug, warum klaut er denn jetzt noch? Ja, das hat dann nur noch so, diese Gier befriedigen, ne, so der andere. Aber warum macht der das? Wofür braucht der das denn noch? Der kann eigentlich nur sagen, so, ich hab jetzt genug, es ist jetzt in Ordnung, ich muss jetzt nicht noch mehr nehmen. Das Absurde ist, der wüsste es ja selber nicht, weil du, du kannst mir ja nicht erzählen, dass ein Uli Hoeneß nochmals an Lebensqualität dazugewinnt. Ja, ja, es gibt, es gibt tatsächlich, äh, Statistiken, 5.000 oder so im Monat, ne? Es gibt Studien dazu, bis wohin die Lebensqualität steigt, aber es ist halt nicht so, wie der Geldwert, also ein Milliardär ist nicht tausendmal so glücklich wie ein Millionär. Ja, irgendwie, ich glaub bis 5.000, das war aber jetzt vor Krieg und, äh, vor der Inflation war es, haben wir, wurde gesagt, mit 5.000 netto im Monat, merkst du jeden Cent oder jeden Hunni mehr, ne? Und danach müssen es schon große Schritte sein, dass du dir halt, dass du in wirklich neue Schichten quasi kommst, ne? Och, ich merk das aber jetzt sogar auch schon, wenn du mal in einem Monat 1.000 Euro verdienst oder 2.000, ne? Ja, du bist Streamer, das gilt es nicht. Was? Du bist Streamer, das gilt es eh nicht, weil bei dir sind die Schwankungen... Ja, aber wenn im Monat, wo du 2.000 hast, vielleicht eher dann mal denkst, äh, ach, jetzt hier irgendwie ein Fuffi ausgeben, naja, kann man ja mal machen oder so. Ja. Oder wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, ob du einen trinken gehst oder so und dann in der Kneipe da irgendwie ein Swanny da lässt oder sowas, in einem Monat, wo es richtig gut läuft, verhältnismäßig, da denkst du dann viel eher, ja, 20 Euro von mir aus und wenn es aber im Monat ein Swanny aus der Kneipe wieder raus... Naja, man kann ja auch irgendwie draußen einmal mit einer Flasche oder so vom Tier. Okay, okay, schon realistisch, ja. Und dann geht man vielleicht noch in eine Kneipe und dann macht man da noch irgendwie, weiß nicht, holt man sich drei, vier Gläser oder so, ne? Wie viel kosten Bier bei dir? Boah, ich gehe halt selten in Kneipen. Ich bin neulich mal hin und mit einem Kumpel und da habe ich, glaube ich, da habe ich, glaube ich, einen Fuffi ausgegeben, aber noch für, ich habe noch, für Freundin und für noch einen Kumpel mitbezahlt einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob bei mir das Bier extra teuer ist, weil wir sind halt auch ein Touristenhochburg, ne? Boah, weiß nicht, aber so ein halber Liter, ein Fünfer meistens, oder? Doch schon, ja. Bei uns, nee, bei uns kosten Weizen 4,50 Meter. Ja, aber Weizen ist ja auch halber Liter, ne? Ja, klar, Weizen ist eigentlich schon. Ja, je nach Kneipe, weiß nicht, so von irgendwie 3,50 bis 5 oder so, aber also besonders jetzt im Sommer finde ich es eh geiler, wenn man sich irgendwie ein paar Flaschen in den Rucksack steckt und dann sich irgendwo draußen hinsetzt, sich ein bisschen bewegt. Ist, wäre auch allgemein eher meine, ne? Aber bei uns, wenn hier geht nichts, dann gehst du halt immer in dieselbe Kneipe, ne? Wo den, wo den, wo den Wirt kennst auch. Ist auch ein, bei uns, ja, ist ein Kindergartenkumpel von mir, dann muss ich auch die Locals supporten und so, ne? Also. Ja, aber was du meintest halt, also man merkt das natürlich, wenn du, wenn du ganz wenig hast, dann merkst du das in jeder Ecke, dass du vielleicht irgendwie, wie du kriegst Rechnungen für Miete oder Strom oder so und denkst, puh, so viel, jetzt schon wieder, ne? Oder du gehst irgendwie einkaufen und ärgerst dich dann und dann hast du halt auch die ganze Zeit so Ängste. Dann denkst du immer, wenn es im nächsten Monat noch schlechter ist oder noch mehr Inflation ist, das tut dir halt die ganze Zeit weh und denkst, fuck, und du hast halt einfach schlechteres Leben dadurch. Irgendwann läuft es dann so einigermaßen, ne? Und wenn du so richtig reich bist, dann ist es dir halt irgendwann egal, dann kannst du alles machen, was du willst. Zum Beispiel bei diesem SWR-Intendanten, habe ich das gesehen, der jetzt ARD-Chef ist, dieser, wie hieß der, Kai Gniffke, ne? Als er da bei Thilo Jung gesessen hat, der hat ja einen relativ sicheren Job, der wird da wahrscheinlich noch eine Weile bleiben und selbst wenn nicht, dann haben die ja eine tolle Pension und alles und da haben sie ja gesagt, der kriegt 30.000 im Monat. Das kannst du relativ gut rechnen, da weißt du einfach 1.000 Euro am Tag und du weißt bei diesem Typen, ey, der kann, wenn der jetzt angenommen, der hat ein Eigentumshaus und so, vielleicht geht er noch ein bisschen runter, aber ne, der Einfachheit halber, wenn einer einfach 30.000 hat, so zum Verprassen oder so im Monat, manche Monate gibt der, manche Tage gibt der vielleicht auch fast nichts aus, aber der könnte im Grunde, der könnte einfach, wenn er Bock drauf hat, einfach für ein Wochenende irgendwo in Urlaub fliegen, da in alle Restaurants gehen, im Hotel pennen, wieder zurückfahren, hätte noch Plus gemacht, ne? Das ist ja. Weil für 3.000 Euro, drei Tage kannst du eigentlich wahrscheinlich hinfliegen, fast wo du willst, kannst da irgendwie dir zwei, drei Nächte Hotel holen, kannst dann auch irgendwie shoppen gehen, wieder zurückfliegen und das könnte der halt einfach machen und der kann aber ja nicht, wenn das dann mehr wird, du kannst ja, also es bringt dir ja nichts, mehrere Häuser oder mehrere Autos oder so zu holen, die kannst du dir dann halt irgendwie zum Sammeln oder weil du mal hier ein Ferienhaus willst oder irgendwas oder für Prestige oder so, aber irgendwann merkst du so, also die Funktionen von dem Ding sind erfüllt, ne? Du hast gemütliche Wohnungen, hast du, okay, du hast ein Auto, wo es vielleicht Spaß mitmacht, womit du schnell irgendwo hinkommst, hast du dann auch, du hast irgendwie deine Lieblingsklamotten, deinen Lieblingsschmuck und ich glaube, die 20. Rolex, die macht dich dann nicht mehr so glücklich wie die Erste. Ja, aber er wird sich auch halt keine Yacht kaufen können jetzt, ne? Ja, man braucht ja auch keine Yacht. Ja, das ist das Ding, also er könnte natürlich auch noch in Anführungszeichen glücklicher werden, nach oben ist ja immer viel Luft, nur die Sprünge, in denen es merkbar ist, werden halt immer größer, ne? Aber wie gesagt, ich finde, zum Beispiel dich kann man eh ganz schlecht als Vergleich daneben, weil du halt ein nicht festes Einkommen hast und dadurch eh immer Variation hast, ne? Ja, geht mal hoch, mal runter, ne? ist halt so der Nachteil vom YouTuber sein, ne? Der Vorteil ist halt so, diese theoretische Chance vielleicht durchzustarten, ne? So dieses so ein bisschen Lotto spielen ohne Schein. Du musst halt schon gut umgehen können mit der Kohle, ne? Dass du, wenn du was kriegst, sonst mal gut läuft, dass du dir auch ein bisschen zur Seite legst und das nicht direkt raushaust. Du meinst also, wenn du auf Twitch kein Partner mehr bist, solltest du nicht im Wald weinen, weil dein Leasing-BMW zu teuer ist? Das wäre dumm, ja. Ja, das wäre mir auch sehr unangenehm. Es gibt ja mehrere Leute auch, die zum Beispiel, es gab eine Zeit lang, als dieser Krypto-Crash war, ne? Da haben richtig viel... Krypto ist gecrasht? Was? Ist Krypto jetzt gecrasht? Naja, nicht komplett ins Nichts, aber es ist von irgendwie, es hat schon Wert irgendwie gedrittelt oder so eine Zeit. Und da gab es halt total viele Leute, die haben die Scheiße gehebelt und so, ne? Die haben sich nicht einfach nur gedacht, ich habe jetzt, wie viel war das irgendwie... Was bedeutet gehebelt in dem Zusammenhang? Na, die Leute sagen nicht, ich kaufe mir für 30.000 einen Bitcoin, sondern die machen quasi so wie Shorten, nur andersrum. Die sagen, ich kaufe nicht einen und verkaufe den dann wieder, sondern ich wette darauf, dass der Kurs von dem Ding hochgeht und kaufe quasi 10 Bitcoin, habe aber nur das Geld für einen und wenn das dann hochgeht, dann hast du gar kein Problem, dann verkaufst du halt ein bisschen wieder und hast die Kohle, aber wenn der runter geht, bist du halt am Arsch, dann kannst du halt auch, kannst du mehr verlieren, als du reingesteckt hast. Ja, klar. Wenn du jetzt irgendein, ich glaube, Bitcoin hat 30.000 gekostet eine Weile, wenn du dann sagst, ich kaufe mir, weiß nicht, ein Zehntel Bitcoin für 3.000 Euro, dann können die weg sein, aber es kann eigentlich nicht ins Minus gehen, sondern es kann halt nur auf Null droppen. Aber wenn du das noch hebelst, dann sagst du, ich möchte das gleiche, bitte aber mal 10 und dann geht der Profit mal 10, aber der Verlust geht auch mal 10 und wenn der dann runter geht, dann musst du das halt bezahlen. Ja, Bitcoin ist ja eh abartig. Da gab es halt Leute, die geheult haben, da hast du halt gemerkt, okay, die können halt nicht damit umgehen, die schmeißen das in irgendeinen Glücksspielmechanismus oder Leute kaufen sich irgendeine Aktie, weil sie sagen, wow, Tesla ist jetzt die Zukunft oder irgendein. Ist es nicht? Naja, ne, zum Teil, also wenn du zum richtigen Zeitpunkt rein bist, war es gut, aber. Ich glaube, wenn, also ich bin da, ich bin mehr so der, wie heißt der Scheiß da mal, wo diese mehrere Kurse drin sind dann, ne. ETF meinst du, ne? Keine Ahnung. Ich gehe am Ende zu meiner Bankfrau und sage dir, das mit Nestle bitte. Alle, 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 ich glaube, dieser MSCI World ist irgendwie, glaube ich, die, irgendwie die Top 100 DAX-Unternehmen oder so und wenn dann eins davon in den Arsch geht, dann ist es halt nicht so schlimm, weil die anderen halt alle weiter hochgehen. Du wettest halt quasi darauf, dass irgendwie die Gesamtwirtschaft die mehr kriegen. Ich gehe voll FDP einfach. Ja, gut, aber wenn du jetzt halt in einen Speziellen reingehst, dann kannst du halt auch richtig Schrott gehen, ne? Oder es kann die Weltwirtschaft zusammenbrechen, dann ist auch, aber, ja, wie wahrscheinlich. Du kannst aber auch Biontech erwischt haben, ne? Ja, ja, aber du kannst halt auch sagen, oh, es kommt jetzt hier Impfung raus, ich hole mir jetzt hier AstraZeneca oder so und das war dann doch nicht mehr so beliebt oder Johnson oder sowas, ne? Ja. Dann hast du halt Scheiße gebaut, dann hast du die falsche Bühne gemacht. Ich glaube, wenn du als Normalbürger raffst, was jetzt steigen wird, dann ist das Thema eh schon an der Börse durch. Naja, du kannst natürlich auch sagen, oh, es fängt gerade einen Krieg an, ich kaufe jetzt Rheinmetall-Aktien, und das ist halt irgendwie asozial, aber funktioniert ganz gut, ne? Hast du eine Erfahrung? Nee. Weiß er wie davon? Nee. Nee, nee, ich habe mir noch nie irgendeine Aktie gekauft. Ja, von den Themen, die ich mir aufgeschrieben habe, haben wir jetzt noch gar nichts angesprochen im Prinzip. Wollen wir schnell machen? Wollen wir noch zwei Aufnahmen machen? Ach so, ja, wir können auch zwei Aufnahmen machen, dann drücke ich kurz hier Pause. Eine lange Geschwafel und eine richtige, oder was? Ja. Gutes Gespräch, Leute. Wir sind gleich wieder da. Ja. Ja.